Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Abend. Herzlich willkommen, herzlich willkommen YouTube zu der längsten Reaction auf meinem zweiten Kanal. Was soll ich euch sagen? Young F-Salat, Young F-Salat ist mal wieder am Start. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, er hat ein Video gemacht über EliasN97. Zieht EliasN97 andere Influencer ab? Es war ein absolut lustiges Video. Alpha Kevin hat das auch so gesehen, hat dann ein Video dazu gemacht. Young F-Salat hat keine Ahnung und bezeichnet Elias als Ausbeuter. Ich kann mich erinnern, Young F-Salats größtes Argument in der Aktion, Tati, danke dir für das verschenkte Satz an Hassler Hamburg, war die ganzen Influencer bei EliasN97, geht um dieses Event, wo sie Fußball spielen, sind Selbstständige und sollten eine Gage bekommen und sollten die bestmögliche Verpflegung und dies und das und jedes bekommen, weil sie sind ja selbstständig und sie brauchen das Geld. Und dann hat aber Elias die ganze Zeit dafür kritisiert, dass er so kapitalistisch ist und mit seinem Event Geld verdienen möchte. Ich glaube, er hat nicht ganz verstanden, was irgendwas da bedeutet, was Kapitalismus bedeutet, was dies und das und jenes bedeutet, aber ich bin so gespannt auf die Reaction. Ich habe mich seit zwei Tagen so gefreut. Young F-Salat hat keine Ahnung. Let's go. Da kann man das eigentlich schon aufhören, oder? Ahnung und bezeichnet Elias als Ausbeuter. Ähm... Geiler Übergang. Von Alpha Kevin, gut. Dann, äh... Let's go. Es ist mal wieder soweit. Ich bin am Ende meiner Kräfte, denn dieses Video hier wird viel von mir abverlangen wie gute Händler. Und damit ich es jetzt nicht so in die Länge ziehe, erkläre ich euch kurz, was Fase ist, denn ich bin bekanntlicherweise kein Mann der vielen Worte. EliasN97 hat vor kurzem seinen Elegeta-Cup in Berlin in der Mercedes-Benz Arena ausgetragen. Zuvor gab es dann noch einen Vorfall, bei welchem er darüber sprach, dass es undankbare Influencer und auch Managements gibt, die Extrafutterungen gestellt haben, sonst würden ihre Influencer nicht bei diesem Event erscheinen. Das Ganze sah in Kurzform ungefähr so hier aus. Sie, äh, haben gesagt, dass die Kosten... Hat mit einer AI, hat mit einer AI die Mucke runtergemacht. Wir übernehmen ja von allen Teilnehmern die Kosten. Sagen die, sie kommen nur... Ah, smart. Wenn erste Klasse geflohen wird, wenn erste Klasse gefahren wird, wenn die Begleitpersonen auch die Kosten übernommen werden, also alles, das muss ein gutes Hotelzimmer sein, das reicht nicht ein normales, sondern es muss ein sehr gutes Hotelzimmer sein. Young Felser, warum schaust du dir das an? Naja, weil es ein Alpha-Kevin-Haupt-Video ist und ich zumindest die Chance haben will, eine Reaction darauf hochzuladen. Aber eins muss ich sagen... Weil das ein über 200.000-Abo-Kanal ist. Aber eins muss ich sagen, Young Felser hat eine extrem heftige Mic-Qualität. Ich finde, sein Mic hat sich so fucking gut an. Ich weiß nicht, was der da für Mic hingestellt hat und was der für Pre-Aims hat, aber damn. Bei den Reaction-Dingern war es mir nicht so wichtig, von Alpha-Kevin oder so, aber da hätte ich schon ein Bedürfnis, was zu zu sagen. Und dann will ich das eigentlich ad acta legen, das Ding. Ja, Gute sein. Und wenn wir das nicht machen, dann werden die DL-15 nicht kommen. Also trotz, dass Eli schon im Vorfeld Monate zuvor alles klar gemacht hat, mit Reisekostenübernahme und Co., kam plötzlich noch ein Management und hat noch Extra-Forderungen gestellt, kurz vor dem Cup von Eli. Und das empfanden ziemlich viele Leute, inklusive EliasN97. Ich muss dir mal vorstellen, Leute haben vor dem Event noch Extra-Forderungen gestellt. Äh, ich denke mir so, okay, das ist eigentlich so absurd harmlos. Das ist absurd harmlos. Das ist ziemlich undankbar. Ich selbst hatte das ebenfalls genauso wahrgenommen, hatte auch einen Tweet darüber verfasst und ich habe auch ein extra Video dazu erstellt, über die Undankbarkeit generell in der Szene. Da seht ihr meine Thumbnails? Okay, warum auch nicht? Und dort hatte ich auch darüber gesprochen, dass es halt auch unter anderem... Ich habe gerade original gar nichts gedrückt und da war einfach meine Thumbnails, naja. ...un YouTuber und Streamer gibt, die denken, die seien etwas ganz Besonderes. Was ich, by the way, ziemlich unangenehm finde, denn am Ende des Tages atmen wir alle die gleiche Luft und der ein oder andere sollte dringend mal geerdet werden. Nun ja, jetzt gab es allerdings einen Streamer namens YoungFeldSalat. Hallo. Und er ist der Meinung, dass Eli mit dieser Aktion ziemlich deutlich seine Kollegen abzieht und ausbeutet, um mehr finanziellen Profit zu erlangen. Es wird ein Event veranstaltet in der Mercedes-Benz Arena mit, keine Ahnung, 17.000, 18.000 Menschen Fassungsvermögen. Und diese Influencer, die das ganze Event ja quasi machen, weil die ja die Teilnehmenden sind, die sind so frech, verzichten noch, verzichten auf ihre Gage. Die haben nicht mal eine Gage. Die kriegen, die kriegen Hotel bezahlt, Verpflegung und die Anfahrt. Das war ja das größte Argument von YoungFeldSalat, dass die Influencer halt keine Gage bekommen, wo ich mir auch denke, so ja, okay, er hat das hier verglichen mit Musikern. Wenn du einen Musiker einlädst, weil der hat anscheinend bei irgendeinem, was hat er, Veranstaltungsfirma oder sowas hat er gearbeitet und die bekommen keine Gage, also die Musiker bekommen Gage und deswegen müssen die Influencer, die auf so ein Event gehen, auch eine Gage bekommen. Was absolut nicht das Gleiche ist und das sollte gerade er eigentlich wissen, aber naja. Die sagen Dücker, ey, ich hätte aber schon gern, wenn ich jetzt schon so verreisen muss und ich da mitmache, hätte ich schon gern so ein gutes Hotel, ne, und würde halt schon gern angenehm verleihen. Ja eben, als ob du über 70 Musiker einlädst, so, ja, Eisen. Und Elias sagt, das wäre undankbar und respektlos. Ganz genau, wenn man ein Ultimatum stellt, dass man nicht teilnimmt, wenn man etwas nicht direkt bekommt, dann ist das einfach undankbar und trotzig. Und was für ein... Kannst du so gar nicht behaupten. Also, kann sein, dass es so war, ne. Weiß man nicht, ne. Man kennt nicht den Wortlaut, ne. Man kennt nicht, man hat den Text nicht gesehen. Vielleicht war es eine Mail-Anfrage, vielleicht war es ein Telefonat mit dem Management. Das, wir wissen das nicht, wie konkret das ausgesehen hat. Ähm, wir haben halt nur die Aussage von Elias dazu, ne. Okay, aber du bist auch davon ausgegangen, dass sie einfach keine Gage bekommen. Er hat das, by the way, einfach sich aus dem Hut gezogen. Er hat keine Ahnung, ob sie eine Gage bekommen oder nicht. Aber er hat das ganze Video darüber geredet, dass sie keine kriegen. Gage eigentlich. Das ist ein Streamer- und YouTuber-Event, bei welchen alle mitmachen, weil sie halt auch einfach Lust und Laune dazu haben. Es gibt auch YouTuber, die alles dafür gezahlt hätten, nur um... Ja, offensichtlich, ähm, haben ja ein paar gesagt, ähm, dass ihnen das nicht ausreicht. Und, ähm, haben offensichtlich, äh, gedacht, nö, das ist, äh, ich hätte da gern ein bisschen mehr. War ja nicht ich, ne. Ich hab ja nicht gesagt, ist ja nicht so, dass die, dass die Leute gesagt haben, äh, ey, wir kriegen das und das Hotel. Und ich so gesagt hab, das ist viel zu wenig. Dieses Hotel, das ist völlig unangemessen. War ja nie der Fall, sondern ich... Was? Was? Ich hab ja da drauf reagiert, dass die Leute gesagt haben, ist uns zu wenig. Also ich hab das ja nicht erfunden, oder... Bro, nicht erfunden, du hast das Hotel als eine Jugendherberge bezeichnet. Du hast gesagt, Elias N97 hat so viel Kohle und er steckt die Leute in eine Jugendherberge. Das war deine Aussage. Und jetzt sagst du, naja, ich hab ja nicht das Hotel hier irgendwie runtergespielt oder so, sondern andere Leute haben gesagt, das ist... Bro, du hast null, du hast gerade eben gesagt, du hast null Ahnung, außer, außer den Kontext aus diesem Clip von Elias N97. Und du hast gesagt, er steckt die Leute in eine Jugendherberge. Ähm, wie soll ich sagen? Ich hab das ja gar nicht aufgestellt. Ja, ja, überhaupt nicht. Ich hab diesen Fakt genommen, dass Menschen sagen, ja, ich hätte da gerne mehr, das war mehr als eine Person. Und hast Jugendherberge rein interpretiert. Und greift es auf und sagt, jo, also könnte man schon machen, ne? Dort mitmachen zu dürfen. Und da muss man ja dazu sagen, dass ja alle vor dem Event überhaupt keine Infos hatten, ne? Also es gab ja, ähm, es gab ja die Forderung danach von den Leuten bloß eins. Es gab die Forderung besseres Hotel. Und, äh, genau. Und die Anreise erste Klasse. Keine Ahnung, wie die Leute letztendlich jetzt angereist sind. Weiß man nicht. Von ein paar Tweets von Leuten, die dort waren, kann man entnehmen, dass die ne bloß eins gekriegt haben. Das heißt, dieser Forderung wurde offensichtlich wohl nachgegeben. So hab ich das zumindest verstanden. Also hat man diese Forderung sogar, äh, diese Forderung sogar erfüllt und hat gesagt, ja, bloß eins, okay. Oder war das, was gesagt wurde, falsch? Dass die schon von Anfang an bloß eins hatten. Ne? Und dann, das, das verwirrt mich halt. Also hat man ja offensichtlich selber gedacht, ja, okay, kann man schon machen. Und hat's dann wohl auch gemacht. Vielleicht hab ich aber auch einen Denkfehler. Kann auch sein. Ja, aber wenn jetzt jemand, wenn du jetzt jemanden einlädst und der fragt, yo, kann ich ne plus eins mitnehmen und du sagst, yo, ist ja kein Thema, dann ist es für mich was anderes, als du lädst jemanden ein und der sagt, yo, ich möchte aber First Class und ich möchte dies und möchte das und möchte jenes. Das ist halt ein Unterschied. Weil halt so ein Event nicht selbstverständlich ist und derjenige, der das austrägt, halt einfach Respekt verdient. Und da sind wir schon wieder beim Thema Dankbarkeit. Shoutouts gehen übrigens raus. Dass Elias Respekt verdient, steht völlig außer Frage. Das Hotel in den Insta-Stories von Trimax und Co sah nach Holiday Inn aus, nahe der Arena, Classic und neues, Classic und neues Vier-Sterne-Hotel, guter Standard. Ich weiß ja nicht, welches. Er hat damals gesagt, also Young Feltzer hat gemeint, das war ein Drei-Sterne-Hotel. Ich weiß nicht, woher er das hat, aber es sich mal wieder aus dem Hut gezaubert hat. Zuerst hat er gesagt Drei-Sterne-Hotel und dann hat er gesagt Jugendherberge. Aber wenn es das Holiday Inn ist und er geht her und sagt, jo, das ist eine Jugendherberge, Bro. Jeder Mensch hat Respekt verdient. Ich muss jetzt mal weniger unterbrechen. Sie sollten jeden Menschen respektieren. Es ging darum, dass Elias selber sagt, dass andere respektlos sind, aber das heißt ja nicht, dass die respektlos sind. Also, ne, einfach, Kevin nimmt das halt einfach so hin. So, ja, die waren respektlos, die haben keinen Respekt vor Elias, aber das stimmt nicht. Das ist nur Elias empfinden, dass das respektlos ist. Naja, das ist ja auch sein Empfinden. An den Ehrenbruder Smagsy. Er ist ein FIFA-YouTuber, der das Herz am rechten Fleck hat und auch ganz genau weiß, was Dankbarkeit bedeutet. Also schaut unbedingt bei ihm vorbei. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Und er meinte folgendes zu dem Event. Ich hätte heute selbst Anreise im Hotel selber bezahlt, weil die Möglichkeit, überhaupt dabei zu sein, ist halt schon gigantisch gewesen. Und gerade was Eli halt alles organisiert und für uns Creator tut, dem sei halt alles das Zehnfache nochmal gegönnt, weißt du? Ich finde das halt so krass, weil ich bin mir sicher, dass viele Leute dafür Geld bezahlen würden. Ich bin mir auch sicher, dass Leute dafür Geld bezahlen würden, um mit Metallica mal live auf der Bühne zu spielen. Ist mir schon bewusst, dass Leute das gerne machen würden. Aber das ist ja gar nicht das Thema. So, je kleiner du bist, desto lieber würdest du Geld bezahlen, dahin gehen zu dürfen, ne? Je mehr Bock du da drauf hast. So denken halt scheinbar sehr, sehr viele, die dort mitgemacht haben. Klar, ist es... Ist auch völlig fein. Ist auch völlig fein. Und hat Ende an meiner Aussage gar nichts. Ist doch schön, wenn die Leute sich darüber freuen. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Ganz im Gegenteil. Ist doch super. Ist cool, wenn man die Kosten erstattet bekommt. Das sagt man auch nicht. Nein, da freut man sich auch darüber. Aber wenn jemand ein Event unter Kollegen und Streamern veranstaltet, dann muss ich doch keine Gage fordern. Das kann man vielleicht... Egal. Es ist nicht einfach nur, hey Freunde, kommt ihr da hin? So, sondern das sind Dinge, da laufen offensichtliche Absprachen über ein Management. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal unter Freunden gesagt habe, ey, das regelt unser Management. Vielleicht fordern, wenn eine Firma dich bucht, damit du einen Auftritt hast, um die Firma zu repräsentieren. Ja, aber er ist jetzt nicht mit 60 Leuten so direkt befreundet. By the way, es war dann im Endeffekt so, hat sich herausgestellt, Update, dass die Influencer das gar nicht selber bestimmt haben, sondern dass das Management einfach gesagt hat, so yo, das und das sind die Kriterien, die und die Kriterien brauchen wir, sonst kommen die Influencer nicht. Und die haben davon gar nichts gewusst. ... oder um das Spiel zu promoten. Aber das ist ja hierbei nicht der Fall gewesen. Also das kann man nicht mal miteinander vergleichen. Damit wir aber erstmal wissen, weshalb er überhaupt über Eli so urteilen kann, muss man verstehen, dass er auch Ahnung von dem Gebiet hat. Ich kann mal ganz kurz aus dem Berufsleben eines Event-Managers oder eines Projektmanagers reden. Erstens kenne ich viel aus der Szene und zweitens habe ich selber auch mal als das gearbeitet. Okay, dann hoffe ich hierbei auf sehr differenzierte Aussagen, denn dieses Event ist ja keine Messe, bei welchen man jetzt irgendwelche Influencer bucht, dass sie dann dort Auftritte haben oder so. Ach echt? Ja, ist das Fußballspiel, das Fußballturnier in der Mercedes-Benz Arena keine Messe? Das ist ja eine krasse Erkenntnis. Und auch keine Gamescom und auch kein Boxfight. Sondern dort spielen ja auch Freunde untereinander und naja, mal schauen, was er so dazu sagt. Das sind Streamerkollegen und keine Freunde, würde ich halt auch sagen, ne? Sagt, wenn du Leute einlädst auf dein Event, ne, also die quasi dafür buchst, also quasi... Das sind Streamerkollegen und keine Freunde, er hat doch gerade eben argumentiert, dass die ja alle Freunde sind. Du sagst, ey, komm zu mir und mach da mit. Er hat, by the way, unter der letzten Reaction, das habe ich auch gesehen, hat er noch was unter dem Ding, hat er noch was dazu geschrieben. Mir ist übrigens klar, dass es teilweise Freunde sind, aber das macht es meiner Meinung nach noch schlimmer. Gerade Freunde sollte man als Gäste besonders gut behandeln, gerade dann, wenn man fette Profite mit dem Event macht. Okay, also wenn du Freunde auf dein Event einlädst und die kriegen da Anreise, Abreise, Verpflegung dies, das, gerade dann solltest du ihnen eine Gage bezahlen, weil das werden die wahrscheinlich auch noch erwarten. Die werden auch noch erwarten, dass du denen eine Gage bezahlst. Als Freunde. Zum Konzert und du sagst, das sind verschiedene... Wenn du deine Mama einlädst, ja, der musst du dir dreifache Gage bezahlen, weil das einfach so ist. Wie ein Artist. Na, die Leute, okay, ich verstehe nicht, warum man sich an der Formulierung so aufhängt, weil quasi dafür buchst, ist doch total die sinnvolle Umschreibung dafür, was da passiert, weil es ist eben nicht eine unverbindliche Einladung, wie wenn Niklas im Experion eine Aftershow-Party macht, wo man sagen kann, ey, ihr seid eingeladen, kommt doch vorbei, wenn ihr Bock habt, sondern du hast dort einen Job, du bist dort eingebunden, du musst dich an gewisse Regeln halten, du musst das Tagesprogramm mitmachen, das ist, du hast dort einfach einen Job. Das heißt, du musst dich darauf verlassen, dass die kommen, wenn du mit denen planst. Das ist nicht einfach nur eine Einladung und komm, wenn du Bock hast, sondern die sind darauf angewiesen, dass die Leute dort auch ihren Job machen, nämlich Fußball zu spielen. Sonst funktioniert das Event nicht. Ist eben nicht, ey, das ist eine freundschaftliche Runde Kicken, sondern wenn da jetzt zum Beispiel drei Sagen vor Ort, ey, ich hab zwei Bier zu viel gezwitschert, ey, ich spiel nicht mit, komm, lass jemand anderes mitspielen, das wird nicht funktionieren. Das ist schon ein Job, die müssen schon da sein, die müssen dann auch schon spielen. Und ich will, dass die kommen und jeder kriegt da einen 45-Minuten-Slot. Und da geht's nicht um große Hochkaräter. Und man muss jetzt sagen, bei dem Snippet, das er da jetzt rausschneidet, rede ich gerade über ein, ähm, rede ich gerade über ein anderes, ähm, rede ich gerade über ein Event, das ich selber veranstaltet habe. Da reden wir von Leuten mittlerer Deutschrap-Kosmos, die sagen, ey, ich hätte gerne ein gutes Hotel, ich will, dass die Anfahrt bezahlt wird, ich will was zu essen und ich will eine Gage. Die Gage von vielen KünstlerInnen, die relativ groß sind, die beträgt teilweise 30.000 bis 40.000 Euro. Ja, aber der Punkt, warum er das reingeschnitten hat, ist, weil du im Endeffekt das auf das überträgst. Du sagst ja, yo, Elias, er zockt dir die Leute ab, dies, das, oder zockt er die Leute ab, so mit Fragezeichen. Ähm, aber vergleichst das dann damit, dass du sagst, yo, du warst bei so einem Eventmanagement und du hast 30.000 bis 40.000 Euro für mittelgroße oder große Creator, also mittlerer Deutschrap-Größe oder sowas, äh, hast halt hergenommen. Das ist ja gut und schön, aber halt, warum machst du den Vergleich überhaupt so? Dann offiziell nicht. Und für 45 Minuten. Also es ist nicht das Gleiche, ne? Nur, dass wir mal verstehen, von welcher Dimension wir hier sprechen. Elias beklagt sich darüber, dass die Leute gern mehr hätten als ein Zwei- oder Drei-Sterne-Hotel, vielleicht ein Vier-Sterne-Hotel. Und das ist auch so eine interessante Sache. Ich bin davon ausgegangen, dass es um ein Upgrade von drei auf vier Sterne geht und hab auch so immer nur gerechnet, sodass ich jetzt im Nachhinein herausstelle, die waren in einem Vier-Sterne-Hotel, wo, sagt man, ich wollte ja, dass die ein Fünf-Sterne-Hotel kriegen. Das ist total absurd. Und dass sie gerne in erster Klasse anreisen. Bro, okay, er hatte keine Ahnung, dass es ein Vier-Sterne-Hotel ist, aber er bezeichnet das Hotel als Jugendherberge. Das ist so dreist, Alter. Es ist so dreist. Und dann postet er dieses Video und nennt es irgendwie, zieht Elias seine Zuschauer ab. Weil er ein Vier-Sterne-Hotel, weil ein Vier-Sterne-Hotel in seinem Kopf eine Jugendherberge ist. Weil er null Ahnung davon hat. Natürlich, wenn ich null Ahnung davon habe von der Gamescom. Und ich gehe zur Gamescom und ich sage im Vorhinein, yo, die Gamescom ist voll der Scheiß, weil da gibt es nicht mal was zu essen. Du kannst dir das Ding mal was zu essen kaufen. Und dann gehe ich hin und da gibt es da Sachen zum Essen. Dann kann ich auch sagen im Nachhinein, naja, woher hätte ich es denn wissen sollen. Aber dann poste ich doch nicht ein Video und sage, yo, weißt du, das macht gar keinen Sinn. Bezahlt nicht mal eine Gage und sagt dann noch, die werden undankbar. Digga, wieso sollen die dankbar dafür sein, dass die da ein Event machen? Dass die da mitspielen? Würden die da nicht mitspielen, dann würde es gar kein Event geben. Immer noch. Ja. Hä? Ich finde es so interessant, dass halt den Clip, den Clip, also den Clip blendet er ja ein, um dagegen zu argumentieren. Aber ich fand den Clip jetzt total based von mir. Also das war eine der, finde ich, schon guten Aussagen von mir. Wir spielen Kollegen untereinander und nicht irgendwelche Künstler, die gebucht werden. Man weiß doch nicht, ob das Vier-Sterne-Hotel vor oder nach den Forderungen gewählt wurde, oder? Ich glaube, man weiß es nicht, nee. Also, da es eine Woche vor dem Event war, ist es schon realistisch, dass es schon ein Vier-Sterne-Hotel war. Man weiß es nicht, es kann auch anders sein, aber wenn das angeblich das Holiday Inn direkt an der Arena war, und dann gehe ich davon aus, dass da schon alle Hotelzimmer gebucht waren, weil ansonsten hätte man die wahrscheinlich, wenn die Zimmer wahrscheinlich schon alle vergeben gewesen. Erstens das und zweitens, ich glaube nicht, dass Elias, wenn er sowas postet und sagt, ja, die Leute sind undankbar, dass er dann trotzdem seine gesamte, die gesamten Hotelzimmer, die er gebucht hat, auflöst und dann auf ein anderes Hotel verschiebt, nur weil er Angst hat, dass Jan Felser-Lad hier irgendwie eine Reaction hochlädt. Eine Woche vorher, safe. Also das muss man schon sagen. Und geben. Immer noch, wir spielen Kollegen untereinander und nicht irgendwelche Künstler, die gebucht werden für einen Auftritt. Eli hat scheinbar extra darauf geachtet, dass die Leute, die dort mitmachen, sich zusätzlich untereinander noch gut verstehen, sodass der Spaß an erster Stelle steht. Ja, und das ist ja auch noch so ein Ding. Ich finde es immer so faszinierend, wie sich auch hingestellt wird und gesagt wird, nee, der macht so viel für uns, der macht so viel für die Twitch-Szene. Wie viel Prozent der deutschen Twitch-Szene sind denn dort vertreten und welche Bubbles sind denn ausschließlich dort vertreten? Das ist ja nicht so, als würde es da jetzt Wildcards geben oder als würde man irgendwie gucken, das ist ja trotzdem eher so ein Szenen-Ding, so ein FIFA-Ding auch. Naja, obviously. Es ist, erstens ist es ein fucking Fußballturnier, warum sollte ich da, keine Ahnung, Jan Felser-Lad einladen? Und zweitens, er schaut darauf, dass sich die Leute untereinander kennen, damit sie sich gut verstehen. Hä? Was? Und jetzt sagt er so, naja, aber Elias, der tut doch gar nichts für die Twitch-Szene, weil da sind nicht unterschiedliche Bubbles drin in einem Fußballturnier, wo Leute Fußball spielen. Ich glaube, dass... Ich mach mal wieder kurz meine Lampe heller, aber ich hör eh mit. Ich hab Kopfhörer. Hat dieser Jan Felser-Lad nicht ganz verstanden und Spoiler, ich hab das Gefühl, das wird er auch nicht wirklich verstehen. Jeder, der auch nur ein bisschen in der Veranstaltungsbranche drin ist und ein bisschen Ahnung hat vom Booking, weiß, dass das, was Elias den Leuten da als Bezahlung anbietet, lächerlich ist. Es ist lächerlich zu sagen, wir übernehmen nur Hotel und Verpflegung. Schau mal, Elias... Finde ich eine legitte Aussage und das sieht ja Elias offensichtlich auch so, ne? Sonst würde er nicht noch Aftershow-Party dazugeben, Anfahrt dazugeben, Plus Eins dazugeben, ne? Also die Prämisse, von der ich ja ausgegangen bin... Hä? Nochmal was? Anfahrt? Das war doch alles schon dabei. Plus Eins dazugeben, ne? Also... Also ich weiß nicht, ob das mit der Plus Eins so war, aber angeblich war das ja auch im letzten Jahr schon so, dass du eine Plus Eins mitnehmen konntest. Ich glaube, da wird ein bisschen... Ich glaube, das war ein Missverständnis. Ich glaube, er... Irgendjemand hat gefragt, yo, kann ich eine Plus Eins mitnehmen? Und er hat gesagt, ja, na klar. Die Prämisse, von der ich ja ausgegangen bin... Aber du buchst ja jetzt nicht extra für... Oder du bestellst jetzt nicht extra für jede Person eine Plus Eins mit, also Plus Eins essen und so weiter und so fort, sondern halt, wenn da jemand fragt, yo, kann ich da will mitnehmen? Dann ist das klar. Ich bin es, ist, dass Anfahrt bezahlt wird und Hotel. Ich bin von einem Drei-Sterne-Hotel ausgegangen, bin von der zweiten Klasse Anfahrt ausgegangen. Und, ähm... Oberalarm. Danke für die Vorwarnung von Herr Überdosiert an der Stelle, sonst wäre ich jetzt gestorben. Digger, ey, das war schon heftig grad. So, was wollte ich sagen? Genau. So, das heißt, man sah das ja offensichtlich genauso wie ich, weil man hat den Leuten ja mehr gegeben, ne? Also das, was ich da sage, dass das zu wenig ist, das wurde ja auch überboten. Also verstehe ich nicht, was die Kritik an meiner Aussage ist, weil offensichtlich hat man es ja genau so gesehen und auch umgesetzt. Du glaubst, Elias hat dir zugestimmt, in dem Fall. Du glaubst, Elias macht ein Statement, wo er sagt, yo, die Influencer sind undankbar. Dann sagst du, yo, Elias zieht die Influencer ab. Und dann sagt Elias, ja, stimmt, du hast voll recht, Bro. Loll. Eli veranstaltet ein Turnier und sagt schon im Vorfeld, was Phase ist. Also, wer wo schläft, er übernimmt die Kosten und so weiter. Habt ihr das alle gehabt in Deutschland mit dem Probealarm? Wissen auch die Managements oder auch die Influencer, auf was sie sich dort einstellen können. Deshalb können sie entweder zusagen oder sie sagen ab. Und wenn sie irgendwie höhere Futterungen stellen, ich dachte, das ist nur in Brandenburg. Nee, ich glaube, bundesweit. Finde jeder hat das Recht, einen gewissen Standard zu verlangen. Warum sollte man sich für seine Wünsche rechtfertigen oder schlecht fühlen? Entweder Eli geht das ein oder nicht. What the fuck. Ja. Was man vielleicht noch sagen kann ist, ey, eine Woche vorher ist echt knapp. Das finde ich, das ist auf jeden Fall legitim, das zu sagen. Ja, safe. Also eine Woche vorher zu sagen, ist echt knapp. Aber das war jetzt nicht der Kritikpunkt. Aber wir kennen die Umstände nicht, warum das überhaupt zustande gekommen ist. Wir wissen halt nichts. Wir haben halt diesen kleinen Clip von Elias, wo er rumrantet. Und das war's. Abstrakte Aussagen, abstrakte Informationen. Kann man sich so oder so, kann man so oder so sehen. Was mich genervt hat an der ganzen Sache, war ja, dass Alpha Kevin in seinem Retweet zum Beispiel Leute als Bastarde bezeichnet und will, dass die Leute von Events ausgeschlossen werden. Also das muss man sich mal vorstellen. Und so jemand sagt dann, bei mir krachts gewaltig, ich würde mich kaputt lachen, wenn am Ende rauskäme, dass irgendwie, keine Ahnung, ein Monte oder so die Person war, die da nicht hinkommen konnte. Und das kommt am Ende raus. Da würde ich gerne mal die Gesichter sehen von denen, die jetzt halt so schlecht darüber sprechen, über die Leute. Da rede ich von, da rede ich von, 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 von Niklas, der in meinen Augen schlecht über die Leute gesprochen hat. Und da rede ich auch von einem Alpha Kevin, der schlecht über die Leute spricht. Pest, Niklas. Aber ich habe by the way auch in meiner Reaction dazu gesagt, wenn es jetzt ein Monte ist oder so, dann ist es auch nochmal was anderes und Eli, und das, das ist halt einfach, das muss man einfach abschätzen. Wie er gesagt hat, er hat das so, er hat diese Leute so ein bisschen mit so Musikern oder irgendwelchen Deutschrappern oder sowas verglichen, wenn jetzt ein UFO 361 auch zu dem Event eingeladen wird, den stecke ich vielleicht auch nicht unbedingt in das Vier-Sterne-Hotel, sondern den buche ich halt als Fünf-Sterne-Hotel. Monte war safe nicht, na eh nicht. Äh, aber, ja, keine Ahnung. Ich finde es, ähm, nicht verwundernswert, dass, wenn man sich so... Aber, dann hätte, dann hätte, ähm, Elias auch nicht dieses Statement rausgehauen. Elias würde nicht hergehen und sagen, oha, Monte verlangt, äh, eine bessere Ankunft oder, oder Monte verlangt ein besseres Hotel oder so, sondern Elias, damit Monte kommt, hätte fucking, viele Kosten in die Hand genommen, das sag ich euch. ...beäußert, dass man selber halt auch oft nicht eingeladen wird. Geil. Was davor aber noch extra Ansprüche zu stellen, weiß ich nicht, genug bekommen, ist halt einfach undankbar. Und zu Recht wird sich darüber aufgeregt, denn das ist ein Problem, was relativ viele haben. Da könnte man doch verstehen, dass du sagst, dass die Leute eine Gage verdienen, oder verstehe ich das falsch. Verdienen tun die eine Gage. Also im Sinne von, was hätten die verdient, dass man ihnen eine Gage zahlt. Das sehen andere bestimmt auch so. Also wenn das ein Event ist, wo, wo, wenn man unter der Prämisse, dass es ein gewinnorientiertes Event ist und kein Charity-Event, also wenn man sagt, es ist kein Charity, alles was Plus ist, wir wollen nur zusammenkommen, geil kicken, was Gutes tun, dann hätten sogar die, die Influencer, die gekommen sind, die hätten sogar ihr Hotel selber bezahlt. Und das hätte ich auch, hätte ich auch gesagt, ist wohl das Minimum. Ein Charity-Event, was nicht gewinnorientiert ist, auf jeden Fall. Aber wenn es kein Charity ist, ist es gewinnorientiert. Und dann muss man sich halt fragen, okay, wie viel Gewinn wurde gemacht und war es wirklich nicht möglich, eine Gage zu zahlen? Ja. Aber, ähm, ich bin der Meinung, wenn das irgendwie noch fair kalkuliert ist, kann man sagen, ey, man muss jetzt nicht unbedingt eine Gage bezahlen. Ich finde es okay zu sagen, man muss jetzt nicht unbedingt eine Gage bezahlen. Auch das ist Verhandlungssache. Auch das ist Verhandlungssache, äh, wenn die Leute sagen, jetzt auf einmal oder was? Ich dachte, vorhin hast du doch gesagt, das ist so ein bisschen Freundallkicken und so. Das sind ja ein paar Freunde da untereinander. Und das ist ja noch schlimmer. Wenn ein paar Freunde zusammenkommen und kicken, dann haben die auf jeden Fall eine Gage, also Gage verdient. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, weil ich glaube, er argumentiert so ein bisschen gegen sich selber. Er sagt, naja, das sind Influencer und die haben jetzt eine Gage verdient und bla 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 und die müssten auf jeden Fall eine bekommen, dies, das. Aber er regt sich halt darüber auf, dass Elias ein gewinnorientiertes Event halt veranstaltet und weil er ja so kapitalistisch ist und weil ihm ja das Geld ja so wichtig ist und so weiter und so fort. Ja, keine Ahnung, warum pochst du dann die ganze Zeit darauf, dass sie halt ihre Gage bekommen? Sie kommen auch ohne Gage, dann kommen sie halt ohne Gage. Weil das ihnen das offensichtlich wert ist. Was ich vor allem sage ist, man muss sich vor Augen halten, dass es keine Gage gibt. Okay, also wir sind jetzt schon, das ist eine eineinhalb Stunden Reaction, 17 Minuten und ich habe jetzt schon herausgefunden, okay, Jagen Felzer hat sich einfach mit dem Hotel geirrt. Er dachte, es wäre eine Jugendherberge, aber tatsächlich hat Elias keine Jugendherberge gebucht, sondern ein Vier-Sterne-Hotel und er findet es komplett legitim, dass die Leute keine Gage bekommen, worauf er letztes Mal im letzten Video komplett drauf gehämmert hat. Was gibt es denn jetzt noch zu bereden? Ja, zum Beispiel, wenn du Acts hast, die bei dir eingeladen sind und du machst dann so einen Vertrag mit denen und die kommen dann, dann steht da nie drin, dass du Management und so auch noch bezahlen musst. Weil das rechnen die mitten die Gage ein. Also wenn du Kunstschaffenden buchst und der sagt zu, dann buchst du nur den als Einzelperson. Evil Tweet, danke dir. Oder halt die Band als Kollektiv. Alles, was die noch drumherum organisieren, außer Anfahrt, Hotel und Catering und so weiter, bezahlen die von ihrer Gage. Also der Managementaufwand, dass Managementleute mitkommen, dass eine Crew mitkommt, das wird alles dann von der Gage bezahlt. Die gibt es hier nicht. Und das muss man betrachten. Man muss sich vor Augen halten, dass wenn es keine Gage gibt, dass man dementsprechend Kosten über die Gage auch nicht decken kann. Und dementsprechend ist eine Forderung nach einem Upgrade von verschiedenen anderen Dingen, okay in meinen Augen. Muss man das eine Woche vorher machen? Nein. Aber ist es legit? Grundsätzlich, wenn es schon das nicht gibt, das zu sagen, ey, das wäre schon cool, finde ich schon, ja. Wie das genau abgelaufen ist, weiß auch keiner, ne? Wir sind hier nicht bei einem Festival, wo ein Rapper für einen Auftritt gebucht wird, sondern auf einem Influencer-Event, bei welchem die YouTuber und Streamer Bock haben. Man kann das auch kostendeckend veranstalten als Werbung sehen. Egal, wie rum, mich verwundert es sehr, dass ihr euch da so reinhängt. Also erstens mal hänge nicht ich mit rein, ich habe eine Reaction dazu gemacht, ansonsten sprießen gerade sehr viele YouTube-Videos aus dem Boden, die versuchen, mich anzugreifen. Also das mal zunächst, ich bin eigentlich eher in der Verteidigungshaltung und sage, ey, chillt mal. Ja, Bro, das ist halt, Bro, du machst Elias da komplett zum Deppen und sagst dir, Jugendherberge und so, ich kriege dieses Wort nicht aus meinem Kopf heraus und dann sagst du, naja, alle greifen mich jetzt auf einmal an, urkomisch, ich muss mich hier verteidigen. Danke, Death Guard, für die weiteren 100 Bits. Das ist auch so und so. Zweitens muss ich sagen, nein, du kannst sowas nicht. Ich sag was Blödes im Internet und dann muss ich mich verteidigen, wenn mich die Leute angreifen. Verstehe ich überhaupt nicht, warum Leute jetzt böse sind. Also böse, ich bin ja nicht böse, das ist einfach nur blöd. Entdeckend veranstalten. Das ist völlig realitätsfern anzunehmen, dass du ein Event, was ein risikobehaftetes Unternehmen ist, dass du das irgendwie Null auf Null planen kannst. Das ist unmöglich. Du musst mit Plus planen. Du musst so. Es ist gar nicht alles, was das, was er letztes Mal gesagt hat. Wenn die hingegangen sind und haben gesagt, ey, scheiß drauf, Digga, wenn wir da eine Million draufzahlen, ist auch egal. Okay, dann verstehe ich nicht, was das Ganze drumherum gesollt hat mit Join und so weiter. Da hätte man es auch auf Twitch ausstrahlen können. Wir reden hier, die Twitch-Szene kommt zusammen. Es wird nicht mal auf Twitch ausgestrahlt. Digga, Elias macht, Elias hat, Join geht her und sagt, yo Elias, wir zahlen dir sau viel Geld dafür, dass du das auf Join überträgst. Und er sagt, hä, warum überträgst du das auf Join? Du könntest es auch for free auf Twitch übertragen und dann gar kein Geld dafür bekommen. Hä, voll dumm. Hä, warum willst du Geld, warum willst du Geld machen mit einem Event, bei dem du Risiko trägst? Hä, mach es doch einfach umsonst auf Twitch, das ist doch voll dumm. Ey, ich finde, man konstruiert sich das ein bisschen zurecht. Und letzten Endes ist es halt so, dass es ein kommerzielles Event ist, so mit 16.000 Menschen. Warum gehst du überhaupt arbeiten, Bro? Du könntest doch einfach ein gratis soziales Jahr machen. Wie kann man sich denn hinstellen und sagen, das ist eine Null-auf-Null-Geschichte? Wenn, wenn die, wenn eine ausverkaufte Mercedes-Benz Arena nicht in irgendeiner Weise rentabel ist, was ist es denn dann? Was für ein Event musst du veranstalten, dass es sich rentiert? Wenn nicht eine ausverkaufte Mercedes-Benz Arena. Das ist, das ist das, womit du arbeitest bei dem Event. Das hat keiner gesagt, dass es Null-auf-Null ist. Pete, Moini. 17.000 Leuten Fußball zu spielen und zusätzlich bekommen die sogar noch eine dicke Promotion hinterhergeworfen. Und die dicke Promotion haben wir auch schon. Letztens im Stream wurde es nämlich auch schon als Argument genannt. Wir haben kleinere Creator die Zahlen mal geprüft und haben geguckt, ob sich das verändert hat nach dem Illigella-Cup. Hat sich's nicht. Also die These ist zumindest mal nicht messbar. Es mag sein, dass das allgemeine Imageverbesserung bringt, dass das den Leuten irgendwie im Networking-Rahmen Vorteile bringt. Ich will nicht sagen, dass das gar keine Vorteile bringt dort. Es geht vor allem auch um die gute Zeit, die die Leute als Eingeladene haben. Aber messbar ist das Ganze nicht. Der Effekt. Das weißt du nicht, Bro. Vielleicht connectest du dich dann mit anderen Leuten. Vielleicht connectest du dich dann mit anderen Managements. Vielleicht kriegst du dann irgendwelche Placements. Vielleicht connectest du dich mit anderen Influencern dort und machst mal was gemeinsam und dies und das und jenes und dann triffst du coole Leute und bla bla bla. Also einfach nur anhand von der Followerzahl vorher, nachher zu bemessen, ob das jetzt irgendjemandem weitergeholfen hat, ist eine sehr einfache Milch-Männchen-Rechnung. Elias sagt nicht, ey Leute, habt ihr Bock, ein bisschen am Wochenende zu kicken? Der macht das ja nicht, weil er Bock hat, ein bisschen zu kicken. So, das ist ein riesiges, kommerzielles Event. Ein riesiges Event. Und zu verlangen, dass Leute gagenlos dahin kommen und nicht mal sagen, Digga, ich hätte... Das ist das, Bro. Du hast vorhin gesagt, es ist scheißegal, ob die Leute eine Gage bekommen oder nicht. Hä? Ich hätte gerne einen besseren Schlafplatz als eine Jugendherberge. Jugendherberge, let's go, das sind wir. Ultrakrass hat mich... Vier-Sterne-Hotel in Berlin neben der Mercedes-Benz-Arena und der Typ bezeichnet es als Jugendherberge, weil er keine Ahnung hat. Ich mich mega schockiert, als ich gesehen habe, wie viel da Elias recht geben. Ich möchte mal einen Alpha Kevin sehen. Das ist jetzt zusammengeschnitten. Ähm... Ja. Zwei Aussagen von mir. Äh... Die erste war, dass ich gesagt habe, dass ich übertrieben habe mit der Jugendherberge. Was ich übrigens auch dann in demselben Video noch sage, ähm... Ja, schon wieder Follow-Bot-Attacke, ne? Äh... Eine Sekunde, ich schalte es ganz kurz aus. Ähm... Dass ich in dem Event... So, ich habe den Faden verloren. Eine Sekunde. ...sehiert, als ich gesehen habe... Genau, zwei Aussagen. Und zwar, ähm... Meine erste Aussage war ja... Ich... Ultrakrass... Jugendherberge? ...hat mich da hinkommen und nicht mal sagen, Dicker, ich hätte gern mehr... Erstmal die Aussage mit der Jugendherberge, die eine Übertreibung war im Rahmen dieses Entertainments und dieses Rants, äh... Wo ich auch sogar noch sage im Video, mal gucken, ob es Alpha Kevin einblendet, ähm... Wo ich sogar noch im Video sage, ey, ähm... Ist eine Übertreibung gewesen, so. Ist natürlich keine Jugendherberge. Mal gucken, ob er das noch einblendet und dann eben der zweite Teil hinten drangeschnitten. Ich hätte gern einen besseren Schlafplatz als eine Jugendherberge. Das wird dann als undankbar geframed. Fand ich ultra krass. Hat mich... Hat... Ne, und da sehe ich auch die Kritik. Also da hätte man sagen können, ey, Dicker, das hättest du so nicht sagen müssen, ne? Okay. War total... Das war total die Übertreibung von mir. Dankeschön. Ähm... Hätte man so nicht sagen müssen, ne? Aber ändert halt an meiner Grundargumentation nix, ne? Aber man kann sagen, ja, das hätt man... Man hätt sich nicht so polemisch ausdrücken müssen. Fairpoint. GG. GG. Hat er gut gemacht. Mega schockiert, als ich gesehen habe, wie viel da Elias Recht geben. Ich möchte mal einen Alpha Kevin sehen, der auf jede Veranstaltung kostenlos geht und in der Jugendherberge pennt, Dicker. Ja, da bist du... Oh, noch einmal. Ja gut. Basiert Statement. Basiertes Statement und verstehe ich. Aber dann ist es ja nicht mehr weit dahin, dass Leute verstehen, dass du diese Gage forderst. Also sie mehr als nur verdient ist. Naja, das Ding ist halt, ähm... Dadurch, dass ich sage... Also ich verstehe, dass das draus gemacht werden kann, ja? Also ich verstehe, dass man daraus machen kann, ich hab ne Gage gefordert. Ähm... Aber da ich halt explizit im Video sage, nee, das funktioniert gar nicht. Man könnte so ne Gage gar nicht bezahlen. Das heißt, man kann gar keine Gage bezahlen. Aber man muss sich vor Augen halten, dass es eben auch keine gibt und dass damit halt dann auch eben nicht für die Leute, die kommen, kostendeckend gearbeitet werden kann. Das gehört halt auch zur Wahrheit, ne? Bist du ausgerechnet? Ich weiß nicht, ob du das so gesagt hast. Oder zumindest hatte ich nicht den... Ich hatte alles andere als den... Er hat sich jetzt hingestellt und hat gesagt, ja, zu verlangen, dass die da ohne Gage hinkommen, ist, ich weiß nicht was, ist dreist. Und dann in der Jugendherberge schlafen. Gut, das mit der Jugendherberge hat er eingesehen. Äh... Aber er hat auch das ganze Video, er hat sogar nachgerechnet, wie viel er da Minimum verdient, plus er da noch so den Join-Deal, plus er da noch dies und das und jenes und jegliche Sponsoren. Und der hat ja die schlechteste quasi Verpflegung da genommen. Und jetzt sagt er, ja, ich habe ja nie verlangt, dass es eine Gage gibt und bla bla bla. Und klar sind da viele Kosten mit drin und so. Ich hatte das Gefühl, wenn du diesen Young Fail Salat, den hier Black Young Fail Salat mit der Black Cap und mit dem Black T-Shirt gegen den, was war das, Orange Young Fail Salat oder was auch immer, Rote Young Fail Salat argumentieren würdest, die würden nicht auf den gleichen Nenner kommen. Die würden hier unterschiedliche, äh... Ja, Schlüsse ziehen. ...bei mir an der falschen Adresse. Ich war bisher bei jedem Event freiwillig, ohne etwas dafür zu bekommen. Also ob ich übernachtet habe, habe ich selber bezahlt oder ich bin mit dem Auto dort einfach freiwillig hingefahren, ohne dass ich gesagt habe, ey, ich möchte bitte die Kosten erstattet bekommen. Ich spiele da aber keine Okay. Okay. Kann er ja machen. Keine Rolle, denn wir reden ja jetzt hier von diesem Elias Ding. Ja, ne? Der hat er selber gemerkt. Da hat Maxi auch etwas dazu gesagt, was sich gleichzeitig auch Dankbarkeit nimmt. Ihm juckt das Ganze nämlich herzlich wenig, was Gage angeht und so weiter. Denn für ihn war das Event einfach sehr, sehr gut. Ich finde das so geil. Ja, da gibt's Leute, die juckt das wenig mit der Gage. Okay. Ja. Okay. Aber hat auch keiner gesagt, Junge, ich wiederhole mich. Schau, für mich macht's halt einen Unterschied, wenn du hingehst und wenn das halt nicht von Elias wäre, sondern von, keine Ahnung, vielleicht von Mercedes. Mercedes veranstaltet ein Event und sagt, yo, kommst du vorbei. Ey, das ist dann für mich was anderes, weil dann sagst du, yo, ich mach das ja hier nicht für Elias und Elias, das ist jetzt sein Ding und dies, das und wir sind ja Kollegen, sondern hier, das ist quasi wie ein Placement. Ich soll dort hinkommen und soll halt Werbung für für Ding machen und dass du dann sagst, yo, ich frag mal an, ob's da eine Gage gibt. Ich würde auch so mitspielen, also kannst du auch sagen, ich würde auch so mitspielen, dies, das, aber wie gesagt, das ist halt so ein Freundall-Kick-Event und das machst du halt auch vielleicht, weil du Elias supporten willst und so. Wenn Alpha Kevin jetzt irgendein Event auf die Beine stellt, dann gehe ich halt dort auch hin, weil es halt Alpha Kevin ist und weil ich ihn vielleicht sehr gern habe und so und weil ich vielleicht auch so einen Cock im Mund nehmen würde, ja, oder schon gehabt habe. Ich habe keine Gage gefordert. Um mal wieder alle in der Szene zu sehen und um einfach Spaß miteinander zu haben. Also ich kann dir jetzt schon mal als eins schon sagen, also ich habe mich nicht abgezockt gefühlt oder sonstiges. Es war einfach so ein unfassbar krankes Event. Es hat so viel Spaß gemacht. Es war familiär. Es war unfassbar top durchkoordiniert und also abgezockt hat sich, ich glaube, dort kein einziger Mensch gefühlt. Also wirklich nicht. Ich glaube, die Vorfreude und allgemein die Freude, dass man halt alle Leute wieder sieht, war viel, viel größer und ich habe nie, also wirklich nie eine Sekunde dran gedacht, dass ich hier abgezockt werde oder sowas. Also Streamer und Kollegen. Das ist jetzt auch so ein krasses, wenn wir mich so hinstellen, als wäre ich der Meinung, dass Elias das Event nur macht, um Leute abzuzocken, sondern ich finde, wenn man der angenommenen, der angenommenen Infos, dass es um ein 3- auf 4-Sterne-Hotel-Upgrade geht und ein Ticket erste Klasse geht, dass ich finde, wenn man den Leuten das nicht mal gibt und trotzdem Gewinn macht, dass es auf jeden Fall in einer Form von Ausbeutung ist. Also das muss man doch sehen. Also das ist im Endeffekt ja nicht so wahr, wie es von Elias gesagt wurde, dass es ja eben doch die Leute eine Plus-Eins bezahlt bekommen haben und so weiter. Also dass die Forderungen ja dann doch erfüllt wurden teilweise. Zumindest so mein Informationsstand. Zeigt doch, dass es ja eben doch legit war. Ich würde halt jetzt echt gerne wissen, ob das vorher schon mit der Plus-Eins war oder nicht, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es halt wirklich vorher schon so war, so yo, wenn jemand nach Plus-Eins fragt, dann kann er die halt gerne haben. Keine Ahnung, ist doch egal. Aber Plus-Eins ist ja dann auch die Frage, da stecken ja auch einige Kosten drinnen und so. Keine erste Klasse Ausbeutung. Ja, ja, sehe ich auch auf jeden Fall so. Ist auf jeden Fall Ausbeutung. Ist auch ein legiter Punkt und auch sehr base der Aussage, dass es eine Ausbeutung ist, wenn man nicht mit erster Kasse rein chauffiert wird. Er tut halt immer so, er sagt ja, ja, ich habe nicht direkt gesagt, die brauchen eine Gage und so. Aber dann sagt er, es ist dreist, denen das zu geben ohne Gage. Und dann vergleicht er das mit seinem Event-Ding, wo er sagt, ja, wir haben hier G-Klassen geholt, damit wir die Leute herumfahren können auf dem Gelände. Und dann haben wir 30.000 bis 40.000 Euro Gage für die gezahlt und dies, das und bla, bla, bla. Ich bin mir sicher, irgendwo in dem Video, ich habe es jetzt natürlich nicht mehr freestyle im Kopf, hat er sowas gesagt wie, ja, diese Influencer brauchen eine Gage, wenn sie dort hinkommen oder so. Aber bei allen, die da mitmachen, muss ein Event doch einen Nutzen haben. Zumindest so, wie ich das in Erinnerung habe. Geld ist, die Leute machen da doch freiwillig mit. Wenn dieser Nutzen oder Sinn erfüllt ist, ist es doch für alle fein, voll. Aber für einige war wohl der Sinn der Nutzen nicht erfüllt, weil die haben ja gesagt, sie wollen ein Upgrade haben. Dann ist es ja eben nicht für alle erfüllt, sondern nur für einen Teil. Und das kommt ja nicht von mir. Ich habe ja nicht gesagt, ey, voll scheiße, dass die nicht mehr kriegen, sondern die haben sich ja selber beschwert. Und dann hast du ihnen zugestimmt, was faktisch eins, zwei, das gleiche ist. Das war ja nicht ich, sondern die Leute haben sich ja selber beschwert. Ich finde, diese Thematik sendet für mich gefährliche Zeichen. Viele Affiliates strugglen hart damit, ihre Subpreise zu rechtfertigen. Wie sollen Streamer überhaupt noch auf die Idee kommen, generell Geld für ihre Arbeit zu verlangen? Das wird dadurch halt generell erschwert. Aber wie kann er das nicht sehen? Das ist ja, ich habe ja nichts gegen ihn. Ich habe nichts gegen Ihren Feld zu lassen. Das ist mir absolut egal. Aber wie kann er doch nicht, wie kann er selber nicht sehen? Wie kann er sich nicht eingestehen, dass er das nicht auch schlecht gefunden hat? Er sagt, naja, die anderen haben es schlecht gefunden und ich habe denen halt zugestimmt. Deswegen habe ich es ja nicht schlecht gefunden. Das ist die Aufsage. Durch solche Events, weil man halt eben schon damit plant, dass die Leute halt eben das kriegen, was sie jetzt halt kriegen. Ja, man muss halt ein bisschen abwägen, ob man dann so ein Event nicht lieber so plant, dass man sagt, ey, man kann die Leute halt auch bezahlen. Kann man sich auch überlegen. Das war aber nicht meine Ursprungsaussage. Aber ich, IC, was du sagen willst, ich finde, da hast du auf jeden Fall recht. Es gibt Leute, die juckt es weniger mit der Gage. Währenddessen ist YouTube ein Haifischbecken von Leuten, die sich einen keulen auf ihr Business. Aber nur klar, kommerzielle Events zählen da natürlich nicht zu. Das ist, du hast halt so ein großes Problem mit der Sache, weil die Leute kriegen funkelnde Augen, wenn sie daran denken, dass sie das ist ja eine komplette Katastrophe. Dass sie da mitspielen dürfen. Ähm. Ja, es ist ein Unterschied, ob du sagst, yo, da ist jemand selbstständig, der ist YouTuber, der verdient mit YouTube Geld und der lädt da extra Videos hoch und der macht da extra Videos und sowas für YouTube, damit er Geld verdient, aber dann verlangt er keine Gage für so ein Event. Bro, es ist nicht alles im Leben Geld, aber wenn ich sage, yo, ich mache Videos und ich werde für diese Videos bezahlt und ich mache dann weiter Videos, weil ich halt dafür bezahlt werde, so dann irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ist dann der Lösungsansatz, er hat ja jetzt auch gesagt, so yo, hier mit der Gage, das ist ja nicht so und vorhin hat er gesagt, ja, warum machst du das nicht for free auf Twitch oder machst du es mit Join und sowas, das macht ja überhaupt keinen Sinn und du kannst dir das ja so im Nachhinein überlegen, dass du, du hast so und so viel, mit so und so viel Profit rechnest du und davon machst du dann die Gage, es ist ja auch nicht der Sinn der Sache, wenn jemand hergeht und sagt, yo, ich möchte ohne Gage spielen, das ist für mich komplett fein und das haben 95% von den Influencern da gemacht, dass du dann halt aufgrund von einem Management, was fünf andere Influencer oder sechs andere Influencer betreut, das mehr möchte, dass du dann dieses gesamte Plus, was du halt eigentlich hättest, also den Großteil, dass du Join einfach wegnimmst und das auf Twitch machst, weil warum nicht, du kannst es ja auch einfach for free machen und den restlichen Profit, den du noch übrig hast, den splittest du auch, keine Ahnung, und du behältst dir noch ein Viertel davon, weil den Rest breitest du in Gagen auf, also anstatt, dass du so viel Profit machst, solltest du eigentlich so viel Profit machen und dann hätte Young Failset und hat sich nicht aufgeregt. Ruhig, danke für dein Abo, ich küsse deine Lungenflügel intensiv, Dankeschön. Die Leute kriegen Funken in die Augen, wenn die halt dort mitspielen könnten, wenn die da drinnen, wenn die darüber nachdenken, ich wäre da dabei, weil die das geil finden. Das finde ich eine voll coole Sache, also ich finde das voll schön, da würde ich niemals gegen argumentieren. Viele Leute würden dafür Geld bezahlen, um hinzufahren, aber es waren eben nicht viele Leute, sondern es waren bestimmte Leute, die da eine andere Vorstellung von hatten. Es war ein Management, das war nicht mal die Influencer. Actually, actually waren alle Influencer komplett d'accord mit dem, was Elias angeboten hat. Nur ein Management wollte mehr. Management Absprache, die kann zunächst mal im Managementkreis bleiben, das nach außen zu tragen und da weiche ich keinen Millimeter von ab. Das finde ich nach wie vor absolut unprofessionell, da Druck zu erzeugen, Management Absprache nach außen zu tragen, und da einfach nur selektiv Infos preiszugeben und Leute unter Druck zu setzen. Das finde ich sollte man nicht tun. Tja, ist halt... Er hat niemanden unter Druck gesetzt. Niemand hatte eine Ahnung, um wen es geht. Man weiß auch heute nicht, um wen es geht, by the way. Er hat nicht das Management erwähnt, er hat nicht die Influencer erwähnt, er hat gar nichts erwähnt. Ist halt aber nicht das, wo die Leute drauf eingehen. Die Leute versteifen sich halt auf meine Einschätzung, dass das eine Sache mit hohem Gewinn war und sagen, das stimmt nicht. Nee, die haben keinen Gewinn gemacht. Natürlich haben die Gewinn gemacht. Das ist ja der Sinn. Im Prinzip ist das der Kernpunkt. Ich sage, doch, die haben voll viel Gewinn gemacht. Die anderen sagen, nee, die haben keinen Gewinn gemacht. Die haben Minus oder auf Null Gewinn gemacht. Er glaubt, das ist der Kritikpunkt. Wow. So, soll ich da sagen. Das ist ein völlig unterschiedliches Fundament, auf was man da diskutiert. Abgezockt gefühlt. Kein Plan, was diese Verteidigung von Elias soll. Die Leute verteidigen dem wegen eines 30-Sekunden-Rands, wo er nur seine Sicht der Dinge darstellt und keine Fakten liefert. Du reagierst darauf, lieferst Fakten, wie so ein Event gestaltet wird, kostet und eventuell einen Gewinn abwirft. Du lieferst Fakten, wie eine falsche Darstellung vom Hotel. Du lieferst Fakten, wie die Influencer, die brauchen jetzt hier eine Gage. Na, Entschuldigung, hat er ja nie gesagt. Er hat nur gesagt, warum es absolut dreist ist, dass sie keine bekommen. Und du bist der, der den Hate abbekommt, lol. Im Nachhinein verstehe ich, wie das so kommen konnte, wie es jetzt gekommen ist. Im Vorfeld hätte ich das nicht erwartet, dass das so abgeht. ...die da keine Gage bekommen haben und so weiter. Und wenn das schon Leute sagen, die dort vor Ort waren, dann kann man das auch durchaus ernst nehmen. Und diesen Respekt... Kann man ernst nehmen, ja. Man kann die... Ja, die Leute haben ja ihre Meinung dazu, ne. Und haben halt... Jeder hat halt einen anderen Preis, ne. ...in Here's Maxi zeigte. Das sollte eigentlich normal sein. Und das finde ich sehr, sehr anständig. Mein Preis sind 7 Euro. Okay, aber die InfluencerInnen haben doch potenziell Einnahmeausfälle, wenn sie zu dem Event kommen, sind zwei Tage unterwegs, können in der Zeit nicht streamen, etc. Warum sieht man das nicht? Darauf wurde eingegangen von... Ja, da geh halt nicht hin. ...Nicolas. Ich würde auch auf mehr Events gehen und so, wenn ich einfach die Zeit hätte, mehr Content zu produzieren. Also halt, ich würde nicht Content auslassen. So für die Gamescom zum Beispiel habe ich Content vorproduziert. Ich wäre, glaube ich, nicht auf die Gamescom gegangen, wenn ich stattdessen kein Video hätte hochladen können. Und nicht, weil ich so absolut geldgeil bin oder so. Das Geld ist mir, Real Talk in dem Fall, egal. Sondern, weil ich in dem Algorithmus, in dem ich drin bin, drin bleiben möchte. Und das kannst du halt nur, wenn du permanent hochlädst. Ich möchte halt nicht meine Karriere dadurch gefährden. Oder gefährden, ja, einmal ein Video auszulassen, ist jetzt eh nicht so schlimm. Aber trotzdem, ich bleibe bei meiner Linie. Ich bin da recht straight, ne. Wenn ich die Möglichkeit habe, ein Video hochzuladen, dann wird ein Video hochgeladen. Das ist ganz einfach so. Der gesagt hat, dass die Exposure bei so einem Event mehr wert wäre, als zu streamen und Content zu machen. Dem würde ich widersprechen. Wir konnten es nicht messen. Also wir konnten nicht feststellen, dass das irgendwie einen Reichweiteneffekt hat, auf dem Event zu sein. Das konnten wir nicht, in Zahlen nicht abbilden. Wir haben bei verschiedenen Leuten geguckt auf Twitch. Twitch hat sich nichts verändert. Monetär gesehen. Wäre es rentabler gewesen, anderen Content zu machen, anstelle damit zu machen. Es ist nicht nur die Follower. Wie gesagt, du konntest dich dort connecten mit anderen Leuten und so weiter und so fort. Ziehst du dir das ganze Video rein? Mal schauen, mal schauen. Wenn man das jetzt als Argument einführt, dann sagen die wieder, ja, nee, es ging ja um den Spaß. Es ging ja eben nicht ums Geld. Dann dreht sich es halt wieder in die Richtung. Und dann sage ich wieder, ja, okay, ging nur um Spaß und nicht um Geld. Okay. Dann sollte nicht noch irgendein Ultimatum stehen. Die haben Content gemacht, Vlogs etc. pp. Ja klar, die können daraus auch Content machen. Aber da ist doch die Frage... Was auch witzig ist, weil beim letzten Mal hat er gesagt, ich kann mich noch daran erinnern, die können ja währenddessen kein Content machen, die ganzen Leute. Die können währenddessen kein Content machen, hat er gesagt. Und jetzt hat er gesagt, na klar, können die ja währenddessen Content machen. inwieweit das monetär abbildbar ist. Ihr habt dich gerade in einem Video... Was soll das heißen? Wenn du Content produzierst und das postest, dann kannst du damit auch Geld verdienen, ja. So gesehen hätte man eine Off-Topic-Frage. Dein Bart gefärbt oder ist das rötlich? Natürlich. Das ist natürlich. Ich habe rötlichen Bart und habe eigentlich schwarze Haare. Ich bin bunt. Stellen, dass man eine Extrawurst bekommen will. Dann sag halt direkt das Turnier ab, wenn es dir nur um Geld oder Luxus geht. Dass das funktioniert... Dann sag das, wenn es dir nur um Geld oder Luxus geht. Ja, wenn es darum überhaupt nicht geht, dann frage ich mich, warum man überhaupt Hotels bezahlt. Also wieso... Wieso müssen die Leute dann... Wieso wird denn überhaupt was bezahlt? Wieso kriegen die überhaupt noch eine bezahlte Plus 1 jetzt doch noch am Ende? Das sind halt so Dinge, wo ich mich frage. Offensichtlich hat man ja dann doch nachgegeben. Oder es war im Vorfeld schon so und man hat es halt aber auch einfach dann so hingestellt, als wäre es nicht so. Das so zu framen. Okay, also er hat wieder keine Ahnung. Er sagt jetzt ja, Elias hat mir zugestimmt, weil im Nachhinein diese Plus 1 gekommen ist. Das hat man extra angeboten. Aber im gleichen Satz sagt er, naja, eigentlich weiß man das gar nicht, ob das im Nachhinein gekommen ist oder ob das nicht im Vorhinein auch schon so war. Er hat vorhin gesagt, yo, Elias hat das hier quasi eingesehen, was ich gesagt habe und stimmt mir zu, weil es ist diese Plus 1 extra dazugekommen, aber er sagt wieder dazu. Er hat keine Ahnung, ob das vorher schon so war oder ob das vorher noch nicht so war. Dann denke ich mir, du kannst doch nicht über alle Sachen urteilen und über alle Sachen als Fakten präsentieren, wenn du es nicht weißt. Ich hatte, beim letzten Video hatte ich dann auch gedacht, na gut, dann ist es ein Drei-Sterne-Hotel. Einfach weil, ich meine, keine Ahnung, ich prüfe das ja jetzt nicht nach. So, Jagen Felser hat es gesagt, der wird es ja wohl wissen, wenn er das sagt oder nicht. Das finde ich sehr, sehr, sehr krass und dass die Leute auch noch darauf anspringen. Auch ein Alpha Kevin, der sagt, oh Digga, Junge, ist das peinlich. Größte Opfer, die sich als was Besseres fühlen wegen ein paar Abonnenten auf Twitch, TikTok oder YouTube. Digga, wir haben hier einen Veranstalter von wahrscheinlich einem Millionen-Event, der nicht bereit ist, Gage zu zahlen oder in Hoteln angemessen ist. Ja, und jetzt sagt er, naja, er hat nie verlangt, dass die Leute eine Gage bekommen. Ja, er hat nicht gesagt, die Leute verlangen eine Gage und müssen eine Gage haben, aber halt die Aussage, das siehst du doch selber oder nicht. Die sind die Leute, die sich als das Besseres fühlen, die da eingeladen sind, weil sie sagen, Digga, ich krieg nicht mal Gage, mach mal gescheit Hotel. Solche Menschen gehören von jeder Veranstaltung ausgeschlossen. What the fuck? Undankbare Menschen sowie größte Bastarde. Seid froh über das Privileg, euer Hobby zum Beruf machen zu können. Komm mir noch nicht drüber hinweg, dass er einfach sagt, dass Leute Bastarde sind. Ja, war unnötig. War unnötig von einfach. Ey, ich hab nicht mal eine Gage, so, mach mal bitte das und das Hotel. Digga, also ich find, ich find's so krass, dass keiner drüber spricht. Es wär einfach so krass, wenn irgendwie rauskommen würde, was man nicht weiß, aber es wär so krass, wenn rauskommen würde irgendwie, ja, das war Monte und so. Und, äh, Alpha Kevin hat sich auf Twitter gestellt und gesagt, das sind die größten Bastarde. Also, ich find das so wild, dass man sie so heftig äußert. Aber du glaubst legit, dass Elias N97, wenn Monte hergehen würde und sagen würde, yo, kann ich ein besseres Hotel haben, dass er dann sagt, ja, Monte, schau mal, wie undankbar die ist das. Das glaubst du wirklich? Der Don, Moini. Ja, Elias kann mal froh sein über das Privileg in Millionen Event veranstalten. Es wäre auch lustig, wenn es gar kein Management gemacht hätte und Elias das einfach als PR-Gag gemacht hat. Wobei die Glaubwürdigkeit der Leute, die sagen, yo, war fein, für mich auch fragwürdig ist. Denn wenn man sagt, ja gut, ein bisschen mehr Komfort wäre schon nice gewesen, wird man wahrscheinlich beim nächsten Mal nicht mehr eingeladen beziehungsweise angefragt, ja. Und du würdest jetzt noch, so wie ich jetzt gerade, den Hass der Leute abkriegen, die, keine Ahnung, irgendwelche jungen Splasher, die zu Hause hocken und, keine Ahnung, in ihrem Kinderzimmer und sich vor, also, no front, ne? Ich war auch mal ein Kind in meinem Kinderzimmer, aber dann zu Hause im Kinderzimmer. Yo, ich war auch mal ein Kind. Yo, es geht ab, meine jungen Splasher. ... im Hocken und davon träumen, wie geil es wäre, mit Elias zusammen Fußball zu spielen. Das ist ja, das sind ja die Leute, die sich so kolossaler darüber aufregen, weil die denken, das wäre mein Traum. Ich würde dafür Geld bezahlen. Die verstehen wahrscheinlich einfach noch nicht die kommerziellen Verhältnisse. Ja, okay, aber Alpha Kevin und ich sind dann doch, ich sage jetzt mal, verhältnismäßig größere Influencer oder ich sage jetzt mal, Influencer so ungefähr so vom Abonnentengrad. Wir haben beide ungefähr so 200.000, knapp 200.000. Nein, wir haben jetzt zweitkanal 200.000. Also wären wir wahrscheinlich so ungefähr so im Schnitt von diesen Influencern, die da halt dabei sind bei dem Turnier. Vielleicht ein bisschen weiter drunter. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin kein Kind im Kinderzimmer, aber ich bin auf jeden Fall ein junger Splasher. Mango, Moini. Monte hat doch schon gesagt, dass wenn das gestellte Hotel kacke ist, er sich selbst upgradet oder Hotel wechselt. Upsi. Ich weiß nicht, was Monte dazu gesagt hat. Ich sage nur, ich sage nur, dass man es halt nicht weiß. Aber, Dings, wenn Monte halt selber sagt, wenn das gestellte Hotel kacke ist, dass er sich selbst upgradet oder Hotel wechselt, ja, also kann es ja offensichtlich schon sein, dass Leute mit dem Hotel unzufrieden sind. Also geht ja Monte auch schon davon aus, dass es sein könnte, dass es kacke ist und er dann wechseln muss. Ob er dann auf Eigenkosten wechselt oder nicht, ändert ja nichts in dem Fakt, dass er mit der Wahl unzufrieden ist. Young Daras. Also es ist ja da schon enthalten in der Aussage. Ob Kevin beim nächsten Cup wohl eingeladen wird? Hm. Nächstes Event. Das ist eine komplette Katastrophe. Wann Glaskartoffeln upgrade. Ja, das ist eine gute Frage, der Don. Das ist eine gute Frage. Also Glaskartoffeln sind schon das höchste Level. Die kannst du nicht. Monte sagt, der hat höhere Standards. Ja, auf jeden Fall. Also sehe ich, also was heißt, sehe ich ein? Monte ist es halt scheißegal. So Monte kann sich easy Fünf-Sterne-Hotel leisten. Nochmal upgraden. Danke für vier Monate. Ich küsste. Deine Lungenflügel. Vielen, vielen lieben Dank. Ich finde es absolut fein, wenn Monte hingeht, wenn Monte hergehen würde und sagen würde, yo, danke schön, dass du mir das anbietest, aber ich hole mir lieber was Eigenes, weil ich hätte halt gern lieber Fünf-Sterne-Hotel oder vielleicht möchte ich auch nicht unbedingt in dem Hotel drinnen sein, wo die ganzen Influencer sind, weil da werden wahrscheinlich die Fans draußen warten und so, hast du jetzt auch nicht unbedingt Bock, die ist das. Aber ich fände es uncool und ich glaube nicht, dass es Monte so gemacht hat, ich meine es nur, ich fände es uncool, wenn Monte jetzt hergehen würde oder irgendwer hergehen würde und sagt, naja, ich bin quasi was Besseres als die, oder was heißt, na uncool. Schau, ich könnte es nachvollziehen, wenn jemand hergeht und sagt, yo, ich bin quasi der große Influencer und ich habe die Mega-Reichweite und sowas, könntest du mir vielleicht ein besseres Hotel anbieten? Macht Sinn, es macht Sinn bei jemandem, der extrem viel Reichweite hat, so wie ein Monte oder so, aber wenn dann Elias sagen würde, nein, mache ich nicht, dann soll er sich selber eins kaufen, ja, kaufen, soll er sich selber eins holen, ne, aber, ihr wisst, was ich meine, so, es war halt jetzt, es wird kein Monte gewesen sein. Es war tatsächlich auch kein Monte, weiß man ja, es war ja das Management, das es angefragt hat, also es hat tatsächlich kein einziger Influencer hat gesagt, nein, das, was hier angeboten wird, ist mir zu wenig. Niemand hat das gesagt, es hat das Management gesagt. ... können nicht mal Gage zahlen zu müssen und wenn die Leute dann noch sagen, ey, ich würde gerne nicht mit dem Flixbus anreisen oder nicht in der Jugendherberge pennen, bitte mach mal ein bisschen mehr da, dann sagt er, die würden, die würden ihn erpressen oder die würden drohen. Die würden erpressen. Frank Thelen ist einfach deutsche Frank Thelen. Ich komme nicht, wenn es keine Glaskartoffeln im Ketering gibt. Ah, Schmutz, Digga, das ist eine komplett, das ist eine komplett bodenlose Forderung. Du bist so respektlos. Sei froh, dass du überhaupt was kriegst. Danke für 50-Bits, Joker. Dankeschön. Du hast es geschafft, Jan, endlich in der Big League. Vergiss uns nicht, wenn du Fame bist. Ah, weiß ich nicht, weiß ich nicht, Digga, ob das jetzt wirklich. Und moini, Lilly, schaust du da, machst du einen Unterschied zwischen Management-Forderung und Influencer-Forderung? Sollte das nicht identisch sein? Na, theoretisch ist eh wurscht. Es geht einfach nur darum, der Punkt von ihm war ja, naja, wir wissen nicht, wer das war. Und wenn das jetzt ein Influencer gefordert hat, der, also wenn das jetzt Monte gefordert hat, dann schauen wir mal, wie Alpha Kevin dann reinschaut. Aber im Endeffekt, selbst wenn das, selbst wenn es jetzt um das Management von Monte gegangen wäre, dann wäre ja Monte nicht derjenige, der irgendwie undankbar ist oder so, sondern da wäre es halt das Management gewesen und das Management ist halt dann einfach, keine Ahnung, fucking weird. So, wenn du, vor allem wenn du ohne Absprache das für deine Influencer entscheidest, wenn du sagst so, yo, der Influencer kommt, aber nur unter dem und den und den Bedingungen und der Influencer wäre aber so oder so gekommen, weil das für ihn absolut fein ist, so wie das bei jedem der Fall war, dann würde ich mich auch verarscht fühlen, dann würde ich mir auch denken, okay, was ist mit meinem Management los? Warum stellen die für mich Ansprüche, die, das wäre für mich einfach unangenehm, wenn ich dann da hinkomme und weiß, okay, Elias begrüßt mich jetzt, schaut mir in die Augen und weiß ganz genau, für dich habe ich extra, für dich habe ich extra Geld ausgegeben. Ohne Absprache verstehe ich, aber welches Management macht das? Muss schon Kackmanagement sein, war wahrscheinlich eins. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, um welches Management es geht, aber... In meinen Graf Schargaus und Glaskartoffeln eher so Holzgier. Ey, froh, dass du nicht verungern musst. Kevin muss eingeladen werden, wenn er nach der Arschgriecherei nicht eingeladen wird und das Hotel auf Anschlag geupgradet wird, wäre das Ausbeutung. Ne, Alpha Kevin, wenn der eingeladen wird, zahlt er sein Hotel doch bestimmt selber. Als ob der sich von Elias das Hotel bezahlen lässt, das wäre sau undankbar, sich auch noch das Hotel bezahlen zu lassen, wenn man eh schon dorthin kommt. Also ich erwarte von Alpha Kevin, dass er alles selber bezahlt. Und ich finde, dass Alpha Kevin auch noch die Getränke dort selber bezahlen musste, weil er überhaupt froh sein muss, dass das stattfindet. Also finde ich, sollte er schon tun. Ja komm ey. Ja klar, die Leute haben am besten noch unter der Brücke gehauen. Ich habe zuerst auch Alpha Kevin zugestimmt, aber nach ein paar Streams von dir hast du schon einige valide Punkte. Ähm, ey, fängst du da live. Ja, aber der ist bei allem zurückgerudert und bei ein paar Sachen checkt es aber nicht. Es sind schon ein paar valide Punkte. Sehr zu lesen. Dankeschön, dass du dir auch die andere Seite mal anhörst. und sind mit dem Flixbus dort angereist. Übertreib am besten noch ein Stück mehr, um deine Argumente noch logischer klingen zu lassen. Ich würde ihn ja hierbei umso besser verstehen, wenn er über Konzerte oder über Festivals und so weiter redet, aber doch nicht beim Ellie Gellar Cup, wo die meisten Leute einfach Freunde sind oder halt gute Streamerkollegen sind. Totaler Quatsch, als ob in der Musikszene Leute nicht auch befreundet sind und gute Kollegen sind. Es ist so absurd einfach zu behaupten, dass die alle Was soll ich machen? Nein, ich habe schon... Ich verstehe schon, was er meint, aber es ist ja jetzt nicht so, als würde das fucking Splash Festival der Betreiber vom Splash Festival der beste Kollege von PashaNim sein und deswegen tritt PashaNim dann for free auf dem Splash Festival auf. So, klar, sind die wahrscheinlich, keine Ahnung, kennen die sich und sind vielleicht gut miteinander und so, aber halt trotzdem ist es halt was anderes. Bro, es sind ein paar Kollegen, die ein bisschen kicken und der Elias veranstaltet das Event und kriegt halt Geld und stellt die Verpflegung und Anreise, Abreise bereit und das ist ein gutes Hotel und das ist direkt in der Nähe von der Arena und das ist auch gute Verpflegung, wenn die nicht ins teuerste Steakhouse gehen, so hat er es ungefähr gesagt und da hat Elias ja Erfahrung damit. Von dem her kann ich mir auch gut vorstellen, dass du den ein oder anderen ja guten, den ein oder anderen guten Löffel rein verschnabulieren kannst oder dass es ein Problem ist und ich weiß nicht, er überzieht das hier so komplett. Ja, die fahren mit dem Flixbus in die Jugendherberge. Ich weiß, er hat sich für das Ding Jugendherberge schon entschuldigt, aber ich meine, wenn er da nicht einsieht, warum er dafür gehatet wird, ja. Und mehrfach verstanden, nur auch geschrieben, dass wir dazu bisher keine Daten haben und es schön wäre, wenn er einen Felser hat. Einsatzzeit ist dreimal fünf Minuten? The fuck oder was? Das ist ja voll, ich dachte, ja okay. Noch mal seine Einschätzung abgeben könnte. Ja gut, mit Turnier ist dann wieder schwierig. Ja gut, das wird so ein Ding sein. Da ich die erste Einschätzung nicht gehört habe, steht alles hier im Chat, wenn du noch mal hochscrollst. Was willst du denn wissen? Ich kann jetzt nicht hier hochscrollen, es tut mir wirklich leid. Schreib es noch mal rein, ich versuche darauf zu achten und tag mich. Und man das eigentlich nicht des Geldes wegen dort macht. Und ja. Nee, die Leute machen es nicht vor allem des Geldes wegen, ne. Aber wenn die der Meinung wären, dass sie da über alle, also dann verstehe ich halt nicht, wieso die Leute nicht auch ihre Dränge selber bezahlen und die Hotels nicht selber bezahlen, die Anfahrt nicht selber bezahlen. Da sagt man, ja das ist okay. Ja das ist okay, das ist okay, dass die das kriegen. Und ähm. Ja weil es halt nett von Elias ist. Gibt es sicher auch Leute, die werden dann halt auch so hingefahren, für mich ist das was, zum Beispiel zu Gamescom bin ich gefahren, weil ich zu Gamescom hinfahren möchte. Wenn ich, wenn ich jetzt hinfahren möchte zu diesem, äh, Eli Geller Cup und ich sag, yo kann ich dabei sein, dies, das, äh, dann sag ich auch dazu so, yo ich zahl mir das halt selber, keine Ahnung, weil ich möchte ja jetzt extra hingehen. Aber wenn ich halt eingeladen werde, dann ist halt schon auch nett, wenn du sagst so, yo wir haben hier genug Budget, dass wir dir Unterkunft, Verpflegung und sowas zur Verfügung stellen. Es gibt keine Möglichkeit darüber zu sprechen, ob es nicht auch mehr geben könnte. Also das ist, das ist als, würde es völlig absurd empfunden, aber es wird ja schon was bezahlt. Nein, nein, und by the way, nicht haten oder sonst was. Also Hate, so generell ist nie gerechtfertigt. Aber wenn man jetzt Kritik äußert an Young Face or that oder wenn Young Face or that oder von mir aus seine Community Kritik an mir äußert, vollkommen fein. Das ist ja nicht so, als würde man, man sagt ja schon, ja man muss den Leuten schon das Hotel bezahlen. Das sagen die ja auch. Man muss den Leuten schon die Anfahrt bezahlen. Man muss den Leuten schon das Essen bezahlen. Sagen die ja selber. Also, es geht ja jetzt gar nicht darum, ob die das kriegen, sondern wie das ausgestaltet ist. Ja, was die Einschätzungen der Einnahmen sind. Also alles von Karten bis Getränke, Werbedeals mit Firmen etc. Alles hier im Chat schon aufgelistet wurde. Das kannst du nicht einschätzen ganz genau. Also, du kannst nicht jetzt genau kalkulieren, was da verhandelt wurde. Es kann sein, dass es sehr gut verhandelt wurde. Es kann sein, dass es sehr schlecht verhandelt wurde. Ich gehe halt schon die ganze Zeit davon aus und das finde ich auch so krass. Eigentlich mache ich die ganze Zeit Elias und seinem Management mega die Komplimente, weil ich davon ausgehe, dass die gutes Eventmanagement machen. Ja, man. Da habe ich auf jeden Fall das Gefühl gehabt. Zieht Elias Elias N97 seine seine also Influencer ab? Ja, das sind eigentlich Props, die ich hier an Elias ausspreche, weil tatsächlich ist das sehr gut, wenn man Influencer abzieht. Was für ein gutes Management, bis der da hat sich wieder Influencer über den Tisch gezogen. Profitabel ist das Event, weil die das gut machen. Ich sage ja nicht, die machen das scheiße. Ich sage ja, die machen das gut. Die werden da sehr viel Profit dran machen. Das ist ja schon mal das erste Absurde. Und das zweite ist, ja, wie hoch, sind die Einnahmen. Also, ich kann dir nur sagen, was Einnahmenblöcke darstellt und dann kann ich dir so ein paar Randinfos geben. Aber wenn du das mal ausrechnest, dann wirst du selber feststellen, dass da ein ganz schönes Sümmchen zusammenkommt. Ja, sicher. Also, das hat Minimum, das hat Minimum eine Million umgesetzt, das Ding. Abzüglich Umsatzsteuer. Mindestens eine Million hat das umgesetzt. Das ist wirklich aber meine unterste Schätzung. Also, wenn, wir wissen nicht, haben die die Getränke selber gemacht, haben sie sie nicht selber gemacht. Wenn sie sie nicht selber gemacht haben, dann war der Preis für die Arena sehr günstig, weil die Arena die Getränke gemacht hat, haben sie die Getränke selber gemacht, war der Preis für die Arena ein bisschen höher, weil du selber die Getränke machst. Dann gibt es noch Merch, dann gibt es noch, dann gibt es noch Upselling, da gab es bestimmt, da gab es ja verschiedene Tickets, da musst du gucken, wie verteilen sich die Tickets prozentual auf die 16.000 Plätze, wie viele Plätze waren Club-Tickets, wie viele Plätze waren Premium-Tickets oder wie die hießen, da gab es ja verschiedene Abstufungen, weil die ja exorbitant mehr kosten als das Standard-Ticket. Ja, eben, aber das ist ja auch wurscht. Es geht ja nicht darum, okay, hat das viel Geld eingebracht, sondern wir wissen, es hat viel Geld eingebracht. Da ist sich, glaube ich, jeder einig so, aber halt, ja, gut. Dann hast du noch, wie viel der Kosten hat. Allein, dass du halt fragst, so, yo, warum machst du das nicht auf Twitch, sondern auf Join, wobei du von Join halt fett viel Kohle bekommst. Also, dass das halt eine Frage ist, I don't know. Join übernommen im Rahmen der Produktion, weil die sowieso ausstrahlen. Wahrscheinlich alles, was irgendwie technisch mit der Ausstrahlung zutrifft, haben die auf jeden Fall übernommen. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Und dann wissen wir nicht, haben die noch ein WKZ gezahlt, also haben die noch einen Werbekostezuschuss bezahlt, haben die irgendwie da auch noch trotzdem Geld bezahlt, für das, dass die Exklusivrechte haben. Und so weiter und so fort. Du musst dir ja mal überlegen, wie viele Menschen die Plattform Join nutzen, weil dieses Event stattfindet und weil du einen Exklusivdeal hast. Was das wert ist, dass sich so viele Menschen dort anmelden für so einen Konzern. Das sind alles Dinge, die werden halt komplett außen vor gelassen und das ist halt auf jeden Fall sehr viel, was da zusammenkommt. da wurde definitiv eine Million umgesetzt, mindestens. Also wenn das nicht passiert ist. Safe, aber Ausgaben waren ja 800k, hat Elias gesagt. Schau, ich glaube schon, dass Elias sehr viel Geld damit gemacht hat. Es sei ihm gegönnt. Aber das ist halt das Ding so. Und was ändert das jetzt? Keine Ahnung. Es ist halt so das Ding so, ja, er macht genug Geld, warum haut er da nicht auch noch eine Gage raus? Warum macht er dann nicht gleich das Fünf-Sterne-Hotel und dies und das und jenes? Die Ansprüche. Es geht einfach nur darum, dass du halt als Influencer hergehst und sagst, ich bin der Urorge-Influencer und so. Ich brauche First Class und ich brauche dies und das und jenes, weil sonst ist ja laut seinen Worten Ausbeutung. Wenn du mit dem Flixbus angereist kommst, in ein Vier-Sterne-Hotel neben der Mercedes-Benz Arena, dann ist es Ausbeutung. Dann ist ganz gewaltig was schiefgelaufen in der Planung. Danke, also wir sind bei 800k Ausgaben, aber was ist die Schätzung für die Gesamteinnahmen? Ich habe den Clip gesehen mit den Ausgaben, da weiß ich nicht, da weiß ich nicht, ob das die Ausgaben waren, die auch tatsächlich Elias getragen hat oder ob das die Gesamtausgaben für das Event waren. Also wenn du zum Beispiel sagst, Join hat zum Beispiel die ganze Produktion bezahlt, sind das ja trotzdem die Kosten für das Event. Er hat dann halt nur nicht Elias getragen, sondern Join. Wir wissen nicht, wie viel von den 800.000 wer getragen hat. Kann jetzt natürlich sein, dass alles Elias getragen hat. Dann ist halt die Frage, okay, wie hoch waren dann die Einnahmen? Wenn du dann natürlich die komplette Produktionskosten tragen musst für die Live-Übertragung, dann musst du von Join aber dann schon WKZ bekommen. Also Join macht das garantiert nicht aus Nächstenliebe. Also das ist auf jeden Fall ganz sicher. Und wenn ich die Möglichkeit habe, dass Join das bezahlt und da wirklich das Ganze hostet, dann würde ich das doch verhandeln als Eventplanung, um die Ticketpreise günstiger machen zu können. Je mehr ja andere Unternehmen bezahlen, Adidas, Join, desto günstiger kannst du auch die Tickets anbieten. Deswegen verstehe ich nicht, warum man das nicht hinterfragt, weil das... Wie viel hat so ein Ticket gekostet? Ein Schwani? Einfach 20 Euro oder so? Klar, da gab es so irgendwelche VIP-Tickets und so. Aber da war es sicher auch, ich weiß nicht was dabei, wahrscheinlich Getränke und bla bla bla. 30 Euro? Okay. Ja, dann gehst du hin, machen wir mal Rechner. Keine Ahnung, sagst du 30 Euro? Sag mal einfach mal, keine Ahnung, ich kann es jetzt nicht besser rechnen. Sag mal von den 17.000 haben die alle dieses 30 Euro Ding gekauft. Dann sind das 500.000 Euro und sag mal, du machst 20 Euro statt Ding, sind das 340 minus 510.000, dann hast du halt 170.000 Euro weniger Umsatz, den du gemacht hast als Elias. Kannst du natürlich machen, aber wenn du Ausgaben eh schon 800.000 Euro tragen musst, dass du dann extra nochmal 170.000 Euro extra nochmal auf dich nimmst, weil du machst ja eh Profit, Bro, halt dann leh da mal 170.000 Euro ab. So, weißt du was ich meine? 170.000 Euro soll Elias einfach aus Prinzip ablehnen, weil er hat ja eh das Geld. Das macht doch überhaupt erst aus, ob die Punkte valide sind oder nicht. Das müsst ihr euch auch merken, falls ihr mal eine Gehaltserhöhung bei eurem Chef verhandeln wollt. Geht hin und sagt, yo, ich hätte gern 10% weniger, weil es geht sich ja eh aus bei mir, ich komme eh über die Runden. Deswegen, warum sollte ich auch einfach nach mehr Geld verlangen? Nicht. Das wäre eine Dreistigkeit. Wenn ich noch sagen will, ich verstehe nicht, warum es so schlimm ist, zu denken, dass die Gewinn machen wollen. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Natürlich wollen die einen Gewinn machen, wir sind im Kapitalismus. Natürlich wollen die Gewinn machen. Das hast du letztes Mal kritisiert, Bro. Ich finde das nicht verwerflich. Das ist nicht mein Kritikpunkt. Oh, die wollen Gewinn machen. Doch, das war dein Kritikpunkt. Bro, ich kann mich ganz genau daran erinnern. Ich muss es aber auch so bewerten, wie ein Unternehmen das Gewinn machen will. Und nicht wie Freunde, die kicken gehen. Wenn sie keinen Gewinn machen wollen, dann frage ich mich, warum man kein Charity-Event draus macht. Das wäre die nächste Frage. Es ist halt... Es war doch ein gewinnorientiertes Ding. Ich bin seit 24 Jahren Eventmanagement. Glaub mir, du liegst ganz weit daneben. Ach ja, ich bin seit 24 Jahren Chefarzt in der Klinik. Ja, Digga. Okay. Und ich bin der Weihnachtsmann. Was soll das denn? Was soll ich denn dazu sagen? Ja. Offensichtlich warst du ja nicht im Eventmanagement. Oder du hast vielleicht 300 Kopf-Club-Gigs gemacht. Es ist halt auch das Gerne, das hat ihr auch vorhin geschrieben, das ist ähnlich wie bei Dara, dass er sich halt hinstellt und sagt, naja, schon, ich war im Eventmanagement und deswegen ist das, was ich sage, absolut richtig. Kann ja auch sein, dass die Geschichten, die er da erzählt, dass die toll sind und dass die lustig sind und dass sie mit der G-Klasse herumgefahren sind und so weiter und so fort. Aber trotzdem kannst du halt eine andere Meinung dazu haben, auch wenn du halt, auch wenn du berücksichtigst, was er sagt, dass sie da G-Klassen gebucht haben und dass sie da 30.000, 40.000 Euro Gage gezahlt haben und sowas. Trotzdem kannst du halt sagen, ja, okay, ist mir doch scheißegal. So, außerdem ist halt dieses so, ja, schau, ich war im Eventmanagement, deswegen hab ich einfach recht, period. Das ist halt das, was irgendwie unangenehm ist, dass halt dir gesagt wird, naja, wenn du einer anderen Meinung bist, dann bist du halt einfach stupid. So, dann hast du halt einfach keine Ahnung. Ja, okay, kann sein, dass du mal für eine Coverband mit 10... Bro, ich bin vielleicht länger Influencer als Young Failsalat. Ich weiß nicht, seit wann er das macht. Ich bin länger YouTuber als Young Failsalat. So, und es waren wahrscheinlich auch YouTuber, ja, genau, hier ist der Beweis, es waren wahrscheinlich auch YouTuber dort bei dem Event, deswegen Young Failsalat. Ich weiß, du kannst halt nichts dafür, aber du hast halt einfach keine Ahnung, wie das halt ist im YouTube-Business. 10 Euro Eintritt in einem 300-Personen-Club, was du veranstaltet hast, okay. Ich weiß nicht, warum du da jetzt in diesen Dimensionen mitreden kannst. Zumal, das muss man jetzt auch mal sagen, ich extra wegen dieser Kacksache im neuen Podcast, da kommt morgen raus, bestätigt auch René nochmal, dass ich Kurs-Events geplant und umgesetzt habe. Und das bezweifelt ja niemand, Bro. dass mir das abgesprochen wurde, also nee, das... Okay, gut, gut. Ich weiß, dass irgendwer gesagt hat, ja. Kann ich bezeugen lassen von sehr seriösen Quellen. Wer sagt, 30 bis 50 km Miete für die Halle liegt daneben, ja. Zwei Tage. Ich habe von einem Tag gesprochen. Dann nimm es mal zwei. Aber wenn du zwei Tage hast, hast du halt auch zwei Tage Umsatz. Ach, Diggi. Klar profitiert Elias davon, er ist schließlich der Veranstalter. Aber wieso sollte er auch nicht finanziell dafür belohnen? Wir können gar nicht sagen, was die genau gekostet hat. Wir wissen nicht, ob die Getränke abgegeben wurden oder nicht. Kannst nicht. Allein, dass du sagst, der liegt daneben, wenn man sagt so und so viel, hast du offensichtlich keine Ahnung. Ja, wir können es nicht sagen. Das Einzige, was wir machen können, ist es zu kritisieren. So eine Verhandlung, so eine Anfrage funktioniert. Weil wenn du sagst, es liegt offensichtlich daneben, dann ist dir offensichtlich nicht bewusst, dass es da Verhandlungsspielraum gibt mit Getränkeabgabe und keiner Getränkeabgabe. Er argumentiert 1A gegen sich selber. Allein das beeinflusst den Preis exorbitant. ...lohnt werden, wenn er sowas auf die Beine stellt. Das verlangt nämlich einiges an Mut und einige... Nein, natürlich darf der Gewinn sein. Es geht nur, ob der exorbitant hoch ist und im Verhältnis zu anderen Freunden, wenn es nicht mehr im Rahmen dessen ist, als dass es promotet wurde. Ich glaube, dein Problem ist auch, dass viele Verträge, wo der Vertraue ich könnte liegen und Elias daher auch nicht 100% transparent sein kann. Voll. Und natürlich, also ich kann verstehen, wenn man seine kompletten Betriebsinterna nicht offenlegen will. Bei einer Charity-Veranstaltung machst du das, da legst du das offen, da sagst du, das und das und das kostet. Ich glaube, das musst du da auch machen. Das haben wir eingenommen, das ist das Plus, das spenden wir. Bei einer gewinnorientierten Veranstaltung hast du Betriebsinterna, dann haben Unternehmen ein gewisses Interesse dran, dass da eben nicht Sachen offengelegt werden und dann kannst du das natürlich nicht offenlegen. Und das ist genau das Problem. Aber bis dahin bleibt es doch von beiden Seiten aus Spekulation. Und ich kann das halt irgendwie noch untermauern, argumentativ, und die anderen sagen einfach, nö, das geht null auf null aus und die machen Minus. Wenn man das realistisch schätzt, dann ist das eine absolute, absolute Annahme. An finanziellem Risiko, das so zu veranstalten. Dementsprechend ist es auch vollkommen okay, wenn Elias am Ende des Tages davon finanziell gut profitiert. Und man merkt hier halt, dass Elias halt denkt, dass ihm Leute was schuldig sind, weil er das veranstaltet. Aber so funktioniert das nicht. Dieses Event wird natürlich von ihm veranstaltet oder von seinem Team, aber das ist davon abhängig, dass da Leute mitmachen. Kommen da keine InfluencerInnen hin, wird das Event nicht stattfinden. Es geht nicht darum, dass Elias das Gefühl hat, dass Leute ihm was schuldig sind, sondern dass die Leute das Gefühl haben, dass Elias ihnen was schuldig ist, eben aufgrund von der Argumentationsweise. Weil sie sich denken, naja, Elias macht ja eh so viel Geld, da kann ich jetzt was von seinem Geld nochmal absneaken und einfach in meinen Hotel-Upgrade und sowas reinstecken. Ich stimme mir zu. Und da muss man auch mal ein bisschen sagen, raff dich mal, Junge. Du hast kein Recht darauf, dass jemand zu dir auf die Veranstaltung kommt, ohne Gage, ohne irgendwas, weil du Elias bist, oder was? Ich weiß halt auch überhaupt nicht, ob er das nicht verstehen möchte. Wenn ich von einem Kumpel zu seinem Event eingeladen werde, dann... Was ich nicht verstehen möchte. ...dann futtere ich doch nicht eine Gage, sondern bin einfach froh, dort mit dabei zu sein und auch meinen Spaß haben zu dürfen. Zusätzlich gibt es noch kostenlose Verpflegung und ich kann auch noch kostenlos irgendwo übernachten. Ich finde das so geil, Digga. So als... Ich weiß nicht. Das sind Leute... So als wäre das nett, dass man kostenlos leben kann. Die wollen halt irgendwie flexen mit ihrem Binnestes, Digga. Und sagen, ja, dies, das und hier und da habe ich wieder eine Marke rausgebracht und da habe ich das gemacht, Digga. Und da bin ich in Unternehmen beteiligt. Und dann so, ja, ich bin schon froh, wenn ich dann irgendwo pennen kann, Digga. Und da ist Essen auch noch kostenlos, Digga. Ja, also das ist natürlich... Da muss ich doch dankbar sein. Hä? Also, als ob es jetzt da dran liegen würde. Denn ich... Ich hätte es gerade nicht verstanden, was der gerade gesagt hat. Ich kapitiere allein schon damit, vor Ort zu sein. Man bekommt mehr Reichweite, man connectet sich untereinander. Nein, wir haben die Follower-Zahlen gemessen, Alpha Kevin, du blödes Oaschloch, oder? Das bietet eigentlich schon einen großen Mehrwert, dort dabei zu sein. Und... Aber er könne ja trotzdem abgerundete Zahlen nennen. Denn dann wird der genaue Preis aufs Komma ja nicht genannt. Aber ob er das machen wird, um die Anschaltungen entgegenzuwirken. Das Ding ist... Na, das würde ich nicht machen. Weil dann riskierst du oder auch einfach, dass zukünftig solche Events nicht mehr vonstatten gehen, weil die Angst haben, dass du auch nur, wenn es auch nur ungefähr das ist, was du bekommst, dass du das dann offenlegst. Das würde ich nicht machen. Theoretisch kann Elias morgen sagen, unabhängig davon, welche Verträge mit einem verschiedenen Partnern gemacht wurden. Es sei denn, er hat mit irgendeinem Partner unterschrieben, dass er nicht seine eigene Gewinnspanne öffentlich machen darf. Das bezweifle ich aber sehr stark. Das wäre sehr unüblich, dass einem das jemand verbietet. Warum sollte man? Es betrifft das Geschäftsinteresse anderer Partner gar nicht. Ja, den Gewinn selber kann er offenlegen, ja klar. Das Ding ist nur, erstens kann er halt einfach auch sagen, es ist so null auf null aufgegangen. Das kann niemals jemand nachvollziehen. Er kann aber auch sagen, ich habe Minus gemacht. Das kann niemals jemand nachvollziehen. Und er kann auch sagen, ich habe eine Million plus gemacht. Das kann auch niemand nachvollziehen. Nina, danke für Crime-Sat. Das heißt, er hätte dann nur noch einfach eine Aussage. Wäre schon mal besser als nix. Aber wäre auch unglaubwürdig. Es geht mir gar nicht darum, aus Elias irgendwelche Sachen herauszupressen. Das ist völlig unerheblich für den Umstand, dass ich von der Informationsgrundlage ausgegangen bin, die sich dann einfach auch geändert hat. Also es haben sich Dinge geändert. Es wurden Dinge so umgesetzt, wie sie vorher angeblich gefordert wurden. Nein, das glaubst du. Das glaubst du. Das hast du vorhin gesagt, dass du das nicht weißt, ob das vorher schon so abgemacht war oder nicht. Aber du stellst es wieder als Faktor. Das ist ein Problem. Und hat dann auch so stattgefunden. Das heißt, also I don't know. So, der Informationsstoff, für den ich ausgegangen bin, der ist ja schon veraltert. Das heißt, es ist jetzt natürlich einfach im Nachhinein rumzuranten als Alpha Kevin, nachdem das Event halt stattgefunden hat. Und wenn schon ohnehin kommuniziert wird. Nein, das haben wir schon im Vorhinein gemacht. Der hat, by the way, okay, wann war denn der Eligella Cup? Inkef hat doch, Inkef, wo ist denn der, der Young Failsrat hier? Vor fünf Tagen. Vor fünf Tagen. Ich google mal Eligella Cup. Eligella Cup. Der war, wann war denn der? 9. September. Okay, vor fünf Tagen. Das dürfte der Elfter gewesen sein. Na gut, vielleicht geht es sich sogar aus mit dem, oder warte mal, wann war das genau? Am 10. Der Eligella Cup war am 9. Der war am 10. Und maybe sind dazwischen auch noch ein, zwei Tage, weil er es auf Twitch hochgeladen hat. Mehr weiß ich nicht. Dass es halt eine Gage gibt. Tobi, deine Wahrnehmung sind diejenigen, die dort für Mindestlohn oder auf MJ-Basis zwölf Plusstunden gearbeitet haben, die einzigen, die dort ausgebeutet wurden. In meiner Wahrnehmung sind diejenigen, die einzigen dort ausgebeutet wurden. Das auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Wenn Leute Mindestlohn angestellt waren, um irgendwelche Sachen zu machen, dann auf jeden Fall. Ja, wenn Leute für Mindestlohn angestellt waren. Ich finde, man versteift sich da so ein bisschen arg auf mein, ja, das ist halt Ausbeutung, weil ich halt sage, ey, man hat da nicht einen marktüblichen Preis bezahlt und der Hauptprofiteur davon sind nicht die Leute. Das haben wir ja schon, wie gesagt, nachgeguckt, ob Leute reichweitentechnisch davon profitieren. War jetzt, so wie wir das stichbogenartig gemessen haben onstream, nicht der Fall. Dann muss man sagen, okay, was ist der Preis, was ist das Wert? Das ist denen ihr Job. Und da befinden die sich halt nun mal auf dem freien Markt. Und da gibt es halt Angebot und Nachfrage. Das ist nicht plötzlich ausgesetzt, diese Marktgesetze, nur weil... Ja, Bro, du sagst halt, es ist Ausbeutung, wenn jemand nicht mit der First Class angereist kommt. Okay, wenn das für dich Ausbeutung ist. Wenn man jemanden besonders lieb hat. Also trotzdem hast du als Brand noch einen gewissen Wert. Leute vergessen, dass diese InfluencerInnen, dass das nicht einfach nur Privatpersonen sind, die gerne kicken, sondern die selber sind ihr eigenes Brand. Ich dachte, das sind Freunde, die einfach nur spielen wollen. Die haben ihre eigene Marke. Und das wäre noch schlimmer, wenn sie Freunde wären. Das hast du ja kommentiert. Ein bisschen im Zusammenhang sehen. Im Prinzip hast du 70 andere Unternehmen eingeladen, die bei dir irgendwie stattfinden, die selber ihre eigene Zielgruppe mitbringen. Du musst dir ja überlegen, warum gucken das so viele? Weil so viele verschiedene Zielgruppen zusammengebracht werden. Und das kanalisiert sich auf dieses Event. Ich dachte, das sind keine verschiedenen Zielgruppen, das ist alles die gleiche Bubble. Und deswegen macht er nichts für Twitch an sich. Kanäle, auf die es dann ausgestrahlt wird. Ah, das ist das Problem. Wenn man das ganze Video sieht, dann fällt einem das auf. Nämlich live im Stadion oder halt eben auf Join. Und darauf kanalisiert sich diese ganze Power an Zielgruppe kanalisiert sich dann auf Join. Und die sind die Hauptprofiteure beziehungsweise die bezahlen dafür. Das heißt, diejenigen, die dafür bezahlt werden, sind ebenfalls die Profiteure davon. Umgekehrt wird nicht so ein Shoot raus, dass man sagt, die Exposure ist so viel wert. Weil letzten Endes haben wir gesehen, niemand wird dadurch jetzt 100 Average mehr Zuschauer in einem Monat haben. Also das ist völlig absurd, das zu denken. Dann muss man auch nicht hingehen, wenn einem das halt nicht passt. Und dass dann noch solche Takes gemacht werden. Digga, Alpha Kevin nennt die... Niemand wusste was geboten. Niemand wusste, was geboten wurde. Niemand wusste, was gefordert wurde. Nee. Wir hatten nur total abstrakte Aussagen und mit denen konnte man halt arbeiten. Und ich entschuldige mich für meine erste Badfade-Nachricht von gestern. Dino, alles gut. Ich finde es sehr korrekt, wie du dich verhältst. Findest du, Trimax hätte auch die Teilnehmer an der Fahrradtour bezahlen müssen, die nicht gestreamt haben? Habe ich keine Meinung zu. Habe ich mir nicht angeguckt. Ich weiß nicht, wie das stattgefunden hat. Ich habe da keine Infos zu. Ist nicht mein Bereich. Das weiß ich auch nicht. Ist nicht mein Fachbereich. Kann ich mich nicht zu äußern. Er ist ja nicht Fahrradtour-Veranstalter gewesen. Ich kann mich nur zu Großveranstaltungen äußern. Mit vielen Leuten, die da hinkommen. So Kleinveranstaltungen, da habe ich keine Ahnung. Ich habe nur große. Ich habe nur hier Michael Jackson, habe ich 2014 auf der Bühne stehen gehabt. Wirklich große Events. Damit kann ich alles andere wäre jetzt Quatsch, da eine Einschätzung abzugeben, weil die ist nichts wert aus meinem Mund. Nicht mein Fachbereich. Die Leute einfach größte Bastard. Du nimmst aber damit denen, die teilnehmen, die Illusion, dass der Grind dafür sorgt, dass die automatisch mehr Zuschauer bekommen und so weiter. Natürlich erzeugt das Reaktanz, weil die sich das nicht eingestehen wollen. Egal, ob es stimmt oder nicht. Das kann schon auch sein. Ich denke, dass es denen aber auch egal ist. Also ich denke, den Leuten ist es egal, ob die eine Exposure haben. Denen ist es völlig egal. Die Leute, die da mitmachen, die wollen einfach nur Fußball spielen und finden es einfach geil, dass sie dort sein können. Das ist... Er glaubt, den Leuten ist es komplett egal, ob sie dort Exposure bekommen oder ob dies und das und jenes. Alles, was sie wollen, ist Fußball spielen. Und deswegen regst du dich so sehr darüber auf, dass sie keine Gage bekommen haben und nicht das beste Hotel und nicht First Class und so. die wollen einfach nur ein bisschen kicken und wo ist jetzt das Problem? Also ich verstehe es doch wirklich nicht. Ich gebe mir Mühe. Das wird der Fall sein bei den meisten, die dort hinkommen. Besonders bei den kleineren. Auf jeden Fall. Geil, Fußball spielen. Ey, da macht der und der mit. Wir spielen gegen die. Da geht es um die Sache. Da geht es um die Leidenschaft. Es dreht sich nicht immer alles um Geld. Da geht es um die Gage. Aber bei dem Statement von Elias drehte es sich plötzlich um Einnahmen und Geld und Dankbarkeit. Deswegen ist es überhaupt erst aufgekommen. Vorher hätte ich das nie in Frage gestellt. Es hat denen ihre Sache, was die absprechen. Und wenn der sich das markttechnisch leisten kann, die Leute so und so das und das zu geben, die sind damit zufrieden, dann ist das so. Dann haben die halt nicht verhandelt. Aber die Leute haben ja versucht zu verhandeln und dann wird öffentlicher Druck aufgebaut. Und das ist nicht in Ordnung. Da muss man schon sagen, okay, faire Bedingungen für alle. Entweder wir verhandeln dann hinter den Kulissen und wir einigen uns oder wir einigen uns nicht. Dann kommen die Leute nicht, weil sie sagen, nee, das ist es mir dann doch nicht wert. Dann mache ich lieber was anderes. Die Entscheidungsfreiheit, dann auch was anderes machen zu dürfen in der Zeit, die wird einem dann auch damit ein Stück weit genommen, wenn man das plötzlich so rausträgt. Vermutlich ist es so, aber es wird ja immer als Argument gebracht, als ob es stimmen würde. Ja, ja. Und dass dann noch solche Takes gemacht werden, Digga, Alpha Kevin nennt die Leute einfach größte Bastarde. Größte Bastarde, die leben davon, das ist denen ihr Job. Und nur weil das denen ihr Job ist und wenn das dein Job ist, dann bedeutet das, dass du Geld damit verdienst. Die haben, by the way, nicht nach Geld gefragt, gell? Können sie euch erinnern? Die haben nicht nach Geld gefragt. Die wollten kein Geld haben. Die wollten eine bessere Unterkunft, also das Management, wollten eine bessere Unterkunft und First Class Anreise. Darum ist es doch gegangen. Er regt sich hier drüber auf, so hä, warum beleidigst du sie als Bastarde? Also was natürlich, Beleidigung ist nicht cool, aber die wollen doch nur Geld verdienen. Nein, Bro. Die wären for free dahin gekommen. Die wollten nur bessere Verpflegung und dies und das und jenes. Das war halt das, was irgendwie weird war. Das heißt nicht, dass du überall kostenlos hingehen musst. Was ist denn, wenn es Experion einlädt oder die Gamescom? Ihr kommt alle zu uns und dann sagen die, ja, wir wollen, dass ihr uns dann aber auch hier einen VIP-Bereich gebt und wir wollen die Getränke kostenlos. Und dann sagt die Gamescom, ihr seid so überheblich. Ihr seid doch Influencer. Ihr habt doch alle Privilegien. Nee, Digga, das ist Business. Das ist Business. Das ist ein kommerzielles Event. Und das war jetzt auch zum Beispiel ein Verklang. Bei der Gamescom zum Beispiel, da war das ja auch so. Ich war auch mega dankbar dafür, dass ich da halt gratis Sachen bekommen habe. Also, wie heißt es? Wasser war dort, Red Bull war dort, dass ich nicht getrunken habe, by the way. Und so Foodie und so Beefy Rolls und sowas. War schon ganz nice. Aber das machen die ja auch absichtlich. Also, die geben dir ja absichtlich. Natürlich stellen sie in den Creator-Bereich lauter Red Bulls und lauter, weiß ich nicht, Foodie und dies und das und jenes. Halt alles so. Kaiser wurde auch von der Liste gestrichen. Ja, maybe. Na, Spaß beiseite. Und so weiter und so fort. Weil die wollen ja auch, dass du als Influencer, das sind sau viele Influencer und die machen Content und die machen Instagram-Stories und die posten das auf Social Media und verbreiten das halt alles. Und wenn die alle einen Red Bull in der Hand haben, dann ist das die 1A-Werbung, Digga. Dann ist das 1A-Werbung. Das ist halt der Grund, warum das dort steht. Also klar, natürlich die Gamescom, ich schätze mal, die haben sich da quasi zur Verfügung gestellt, um halt for free konsumiert zu werden, aber na, ich hab nicht in den Rucksack von der Experian-Party gepinkelt. Ich wusste nicht, dass das passiert ist. Aber wenn ich dort gewesen wäre, hätte ich safe reingepisst. Ja, aber ich hätte, ich wäre auch damit zufrieden gewesen, wenn es halt kein, keine Getränke gegeben hätte. So, da hätte ich mir halt was gekauft. Mein Gott, fucking, ich hab, ich hab, ich hab Geld für 1 Euro Wasser. Weißt du, was ich meine? Weil was ich da vergleiche, sind nicht die Events. Das Experian-Event hat mit dem, ich wollte es eben sagen, Uri Geller gehabt, Eli Geller gehabt, nichts zu tun. Na, noch klar. Dankeschön. Also, das sind völlig andere Events. Das eine ist gewinnorientiert, das andere nicht. Das ist zum Beispiel wirklich nicht gewinnorientiert. Das Experian, das ist ein reines Marketing-Ding von Saturn. Und, ähm, aber ich kann die logische Struktur vergleichen, nämlich Forderungen. Stell dir mal vor, also es geht darum, dass Forderungen gestellt werden dürfen. Die Forderungen an Experian sind natürlich ein anderes wie die Forderungen bei so einem riesigen Fußballturnier. Okay, ne? Ähm, beim Experian forderst du halt kostenlose Getränke, du forderst vielleicht, ähm, äh, coole Sitzgelegenheiten, ähm, dass man sich irgendwie auch hinsetzen kann und so. So, das ist so das, was du da fordern. Ja, wir bieten dir einen Sitz an. Ja, okay, aber ich hätte gerne einen coolen. Was, in dem Rahmen, weil es ist halt nicht gewinnorientiert, ne? Du forderst, du kein Hotel, das ist keine gewinnorientierte Sache. Bist eh in Köln, kannst du hingehen, kannst du nicht hingehen, ne? Das ist das Setting. Und bei einem großen Fußballturnier mit vor 16.000 Leuten alleine live, offline, forderst du halt andere Dinge. Ne? Das ist ja völlig klar, das ist ja völlig anderer Maßstab. Das ist nicht irgendwie so ein scheiß Drecksverein aus dem Dorf, Digga. Nichts gegen Vereine. Ich glaube, ich wechsle mal Positionen hier. Ich bin ja schon ein bisschen gelangweilt von der Position rechts oben. Aus dem Dorf. Das ist nicht, aber... Wie Ying und Yang. Ich bin Ying. Irgend so ein Verein... Und der ist Yang-Felssalat. Damn. Ein Dorf, Digga, wo irgendwie fünf Hansel zusammenkommen, ein bisschen kicken oder so, wie so eine Dorfmeisterschaft oder so, wo man auch sagen könnte, ja, ist cool, da mitzumachen. Ne, das ist ein Event. Ne, ne, ne. Das ist nicht so. Aber gerade eben hat er gesagt, naja, das sind ja nur ein paar Leute, die interessieren sich nicht für nichts, für die Reichweite oder sonst was. Die wollen nur ein bisschen kicken. Aber da ist es natürlich nicht so. ... wo eine extreme Gewinnabsicht hinten dran steht. Elias macht das nicht, weil er das so toll findet. Doch, ich kann mir schon gut vorstellen, dass Eli das in erster Linie deshalb macht, weil... Ja, der findet das schon auch toll. Und er macht das sicherlich auch mit Leidenschaft und liebt das total und freut sich das ganze Jahr auf dieses Event. Das spreche ich ihm nicht ab. Das kommt in dem Clip ein bisschen dumm rüber. Das kommt so rüber, als würde ich ihm komplett absprechen, dass er da auch Freude dabei empfinden kann. Ne, das hat er auf jeden Fall. Er hat auf jeden Fall... Nö, aber nur weil er Leidenschaft und Freude dabei empfindet, das zu tun, heißt das ja nicht, dass er das alles bezahlen muss. Also, das hat hier nichts miteinander zu tun. ... weil er das toll findet. Junge, der Typ, der hat weltweit die zweitmeisten Subs auf Twitch. Zusätzlich ist er Markenbotschafter bei Adidas. Und selbst wenn es ihm jetzt hierbei nur um Profit gehen würde, dann ist das einfach sein gutes Recht. Er ist einer der wenigen, der es schafft, so große Events auf die Beine zu machen. Natürlich ist das ein gutes Recht, wenn es ihm nur um Profit gehen würde. Aber dann sagst du doch selber, es ist ein gutes Recht, wenn es ihm nur um Profit gehen würde. Ja, aber wenn es um Profit geht, dann ist es auch das gute Recht von den Leuten, die das Ganze auch mit ermöglichen, weil sie da hinkommen, dass es denen auch darum geht, gewisse Forderungen zu stellen. Das muss man dann fairerweise auch zulassen. Dementsprechend steht es ihm auch zu, finanziell komplett davon zu profitieren. Wird für die Reise und Unterkunft und Essen inklusive bezahlt. Ja und? Und die Zeit, in der die dort sind? Jeder Dienstleister, jeder fucking Selbstständige kriegt seine Zeit bezahlt. Ganz kurz, wir erinnern uns daran, er hat nicht gefordert, dass es eine Gage gibt. Wenn zu mir jemand kommt und hier eine Dienstleistung erfüllt oder ich mache ein Event und es kommt jemand und macht Essensbütchen, dann kriegen die Geld dafür, dass sie da sind. Oder sie bezahlen Geld. Mal ganz ehrlich, auf freie Rede zu reagieren, vorbereitet und geskriptet, ist das nicht. Wie ist das nicht das Gleiche? Wie ist das nicht das Gleiche? Er sagt, ja, es wäre, es ist dreist, dass sie keine Gage bekommen und ja, jeder Dienstleister und das sind Selbstständige und die brauchen und Gage und Gage und Gage und dann geht er her und sagt, naja, er hat ja nie verlangt, dass sie eine Gage bekommen. Das ist nicht dreckig und billig, sollten solche Reactions nicht auch in freier Rede erfolgen. Er hat ja auch eine Reaction dazu gemacht. Alpha Kevin hat zwei Videos dazu produziert. Einmal seine Reaction, seine Live-Reaction, die hat er hochgeladen und jetzt hat er nochmal so ein Hauptvideo gemacht, wo er nochmal alles aus dem Zusammenhang pflückt. Ja, aha! Ich finde das dreckig und billig von Alpha Kevin und ich bin sehr enttäuscht davon, dass er mich so darstellt. Oha! 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 Ja, der, das ist ja wohl hier, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also, wir haben kein persönliches Verhältnis, aber ich hab mich, auch wenn ich ihn auch mal inhaltlich kritisiert hab bei gewissen Videos, hab ich mich immer wohlwollend ihm gegenüber geäußert, hab immer versucht, das Gute zu sehen, hab immer gesagt, eigentlich find ich ihn based und so und das weiß er auch. So, es ist nicht das erste Mal, dass Alpha Kevin meinen Stream thematisiert. Er hat auch schon mal einen Twitter-Beitrag über meinen Stream abgesetzt, hat er dann wieder gelöscht. So, ne, der wusste auch schon vorher, wer ich bin. Ich war auch schon bei ihm im Chat, hab mit ihm interagiert. Also, es ist, ich find's eine dreckige Sache, ja. Dass sie da sein dürfen, dürfen ihren Umsatz behalten. Es ist immer eine Gewinnabsicht hinten dran. Ich find es ein bisschen schade, dass du immer wieder sagst, die Leute hätten was gefordert. Das wissen wir doch gar nicht. Ehe die Rede da ausnahmslos vom Management. Wenn das Management für die Leute was fordert, dann findet das im Allgemeinen immer in Absprache mit den vertretenen Klienten statt. Also, ey, vielleicht. Ja, aber das war ja in dem Fall nicht so. Also, das weiß er vielleicht nicht, aber das war ja in dem Fall wirklich so, dass das Management hingegangen ist und gesagt hat, yo, wir fordern das und das müsst ihr erfüllen und das war's. Und dann haben die Influencer erst im Nachhinein erfahren, dass halt sie diejenigen waren, um die es gegangen ist. Und, ja, keine Ahnung. Jetzt kritisiert er dich. Jetzt bin ich enttäuscht. Mich hat er, mich hat er nicht kritisiert, oder? Wir haben einmal auf Jörgen Felser und hat reagiert, by the way, damals. Fand sein Video gut. Hab gesagt, so, yo, hier, abonniert bei ihm, keine Ahnung. Keine Ahnung, mir ist das doch scheißegal. Wenn Jörgen Felserlatt, Reetalk, wenn er nächste Woche ein Video raushaut, was ich gut finde, dann sag ich, yo, das war ein gutes Video von Jörgen Felserlatt. Es geht ja nicht darum. Und ich hab nicht das Gefühl, also, was heißt, ich hab nicht das Gefühl, ich weiß, ich weiß, weil ich beide Videos, ich hab dieses Video 100% gesehen, von vorne bis hinten und ich hab dieses Video jetzt, das werde ich mir auch von 100% ansehen, deswegen, ich sehe nicht, wo das aus dem Zusammenhang oder wo da irgendwas aus dem Zusammenhang geschnitten wurde. Klar, wenn du jetzt die einzelnen Clips da abspielst, da kann es sein, dass man vielleicht hier und da mal ein anderes Gefühl oder was heißt anderes Gefühl, so wie das vorhin war mit, ja, natürlich hat er sich auf das Event gefreut, das wollte ich ihm nicht absprechen. Ja, aber darum ist er nicht gegangen in diesem Clip. Es ist nicht darum gegangen, ob er sich auf das Event gefreut hat oder nicht. ja, keine Ahnung. Vielleicht ist wirklich dieser äußerst unwahrscheinliche Fall eingetroffen, dass das Management auf eigene Faust Krach anfängt mit einem Veranstalter. Völlig absurdes Szenario. Ich hab schon mit den unseriösesten Booking-Agenturen gearbeitet. Da passiert sowas nicht. Aber vielleicht ist es genau da jetzt passiert. Ja, okay. Dann war das nur das Management. Aber auch dann, aber auch dann bleibt immer der Punkt, ob man es in Ordnung findet, dass Management-Absprachen nach außen in die Öffentlichkeit getragen werden. Und ich verstehe nicht, wie man das rechtfertigen kann. Wieso das nicht irgendwie ein Punkt ist, wo man sagt, ja, das hätte... Weil man absolut keine Ahnung hat, um wen es geht. Das ist der Punkt. Wenn ich heute nach Hause gehe und ich sag, yo, ein YouTuber hat mir geschrieben und er hat mir geschrieben, yo, Kaiser, du bist voller Schwanz. Ist das dann öffentlich Druck erzeugen? Ist es dann, übe ich dann Druck auf diese Person aus, aktiv, sodass ich sie in eine Ecke dränge, sodass sie irgendwie keine Wahl mehr hat und dann irgendwie, keine Ahnung? Es hat niemand eine Ahnung, um wen es geht. Also absolut gar nicht. Hätte man nicht machen dürfen. Es war ein Management von irgendwelchen 60 Influencern. Überall kriegen die Leute ihre Zeit bezahlt. Und ja, es war Alpha, Kevin. Indirekt oder direkt? Ach so, nach demnach ist ja nahezu alles in Dienstleistung oder wie. Er kann das doch nicht mit anderen Events vergleichen, wenn hierbei der Freund... Was habe ich jetzt gesagt? Überall kriegen die Leute ihre Zeit bezahlt. Indirekt oder direkt? Das ist eine komplette Katastrophe. Ähm, Ernie Mandes, danke für deinen Brime. Danke, Ernie. Ich küsse deine Lungenflügel. Vielen Dank. Äh, ich rede in dem Clip gar nicht von Events, ne? ... die Geld dafür, dass sie da sind. Oder sie bezahlen Geld, dass sie da sein dürfen, dürfen ihren Umsatz behalten. Es ist immer eine Gewinnabsicht hinten dran. Überall kriegen die Leute ihre Zeit bezahlt. Ach nee, doch, ich rede von Events, doch. Indirekt oder direkt? Das wäre die andere Stelle. Ach so, nach demnach ist ja nahezu alles in Dienstleistung oder wie. Alles, was du für Geld tust oder in einem professionellen, Rahmen, ist eine Dienstleistung, ja. Also, es gibt auch freundschaftliche Dienstleistungen, ne? Sogenannte Freundschaftsdienste. Gibt's auch. Aber auch. Die sind auch entgeltlich bei ihm. Die Dienstleistung, die erbracht wird. Jo, willst du mir beim Umzug helfen? Ja klar, ich kann vorbei. Im Nachhinein kriegst du aber eine Rechnung. Halt nur auf freundschaftlicher Basis. Also ja, wenn ich für jemanden was tue oder wenn ich irgendwas mache, ne? Also zum Beispiel, ne? Ist halt so abstrakt, das auf Influencer zu ziehen. Nehmen wir einfach mal nicht Influencer als Beruf, nehmen wir einfach mal. Also es sind alle Dienstleistungen, die entgeltlich, äh, alles, alles Dienstleistungen, die entgeltlich sind, auch bei Freunden und auch, wenn's nicht entgeltlich ist. Graf. Ja? Natürlich kann ich hingehen und sagen, ich, ähm, ich, 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 mache auch mal kostenlose Fotoshootings, ne? Also ich gehe zum Beispiel, äh, hin, vereinbare einen Termin mit einem Model und ich mache kostenlose Fotoshootings, einfach um eine Referenz zu haben, ne? Aber auch dann findet das Ganze, ist das eine Dienstleistung, die erbracht wird und eine Dienstleistung, die vom Model erbracht wird und das nullt sich dann aus. Man sagt, das ist quasi, das ist quasi unser Deal. Du, du, du machst deine Dienstleistung als Model, ich mache meine Dienstleistung als Fotograf, nullt sich aus. Ähm, und wenn du das jetzt auf ein andere, wenn du diese Logik anwendest auf andere Businessbereiche, zum Beispiel bei Veranstaltungen, dann hast du halt hier auch genau dieses Konstrukt, ne? Warum tun wir uns das an? Weil wir auf Schmerzen stehen, deswegen. Jemand ist da als Influencer, es ist ja, es werden ja nicht umsonst Influencer eingeladen, ne? Also das hat ja einen Grund, weil die halt eben ihre Community mitbringen, ne? Das ist der Sinn davon, ne? Die Communities zusammenzubringen und ne, und Synergien zu schaffen. So, und in dem Moment findet ne, findet ne Dienstleistung statt, weil man sich selber als Brand zur Verfügung stellt. Das ist die Art der Leistung. Wie die vergütet wird und ob die vergütet wird, das ist Verhandlungssache. Man kann das doch nicht mit anderen Events vergleichen, wenn hier bei der Freundin Dienstleistungen werden vertraglich geregelt und das war hier scheinbar nicht der Fall, da schon Namen und Poster bekannt waren. Wenn da Managements dazwischen sind und die sich per Mail mit anderen Managements, was auf, ich erklär jetzt mal ganz kurz was zu deutschem Recht. Ich bin kein Jurist an der Stelle. Ah, dann hast du absolut keine Ahnung davon und tatsächlich ist mir jetzt egal, was du sagst, weil dein Wort hat jetzt keinen Wert mehr. Aber das ist alles, das könnt ihr alles nachprüfen, was ich jetzt sage. Wenn du in Deutschland Ich bin jetzt so gespannt, das kommt. Absprichst. Ja. In einem gewerblichen Rahmen. Ja. Ich schreibe dir zum Beispiel, du bist ein Unternehmen und ich schreibe dir per Mail, hiermit bestätige ich, dass du das und das Hotel hast und dass ihr das kriegt. Ja. Dann ist das eine geschäftliche Absprache und gilt in Deutschland juristisch gesehen wie ein mündlicher Vertrag. Wenn du, wenn sich Unternehmen etwas zusichern, ist es wie ein mündlicher Vertrag. Das würde sogar gelten, wenn die Absprache wirklich mündlich wäre. Wir telefonieren und du sagst, und du sagst mir, du hast ein Vier-Sterne-Hotel. Ne? Garantiert. Dann ist in Deutschland juristisch gesehen schon ein Vertrag zustande gekommen. Richtig. Allerdings kann es sich schwer beweisen, wenn es am Telefon ist. Genau. Deswegen E-Mails und so weiter, das sind alles Verträge. Nur weil da nicht Vertrag als Überschrift, drüber steht und das ein PDF ist, heißt das nicht, dass da nicht juristisch fixierte Absprachen gemacht wurden. Ja, safe. Safe, safe. Dienstleistungen werden vertraglich geregelt und dass ihr wahrscheinlich nicht... Ah, das habe ich schon gesagt. Außerdem haben es die Streamer doch freiwillig gemacht und Edi hat keinen gezwungen. Verstehe dein Problem nicht damit. Ich habe kein Problem damit. Ich habe nur gesagt, dass ich es lächerlich finde, das nach außen zu tragen und so abzuranten, weil Leute sagen, sie hätten gerne einen Upgrade. Das finde ich lächerlich. In Anbetracht dessen, wie groß das kommerzielle Event ist. Das ist meine Aussage. Ich habe nicht gesagt, dass sie das nicht dürfen. Ich habe nicht gesagt, die müssen jetzt eine Gage bekommen. So, ich habe nur gesagt, in Anbetracht dessen... Er steht immer noch dazu, dass er sagt, er hat nie gesagt, sie müssen eine Gage bekommen. Bro, die ganzen Clips, in denen du sagst, so ja, jeder Dienstleistung, ja, die sind alle selbstständig und jeder Depp bekommt da eine Gage, nur die nicht, nur die nicht. Wieso ist das so? Hey, ich habe nie gesagt, dass die nicht... Ja, er hat nie die Worte in dem Order quasi gesagt. Da hat er recht. Er hat nie die Buchstaben in exakt der Reihenfolge nacheinander gesagt. Forderung, oder dass man, wenn man nachverhandelt wird, sagt, ey, man geht an die Öffentlichkeit und baut Druck auf, dass es unprofessionell ist und eben nicht verhandelt ist. Im Grunde ist mir das scheißegal. Im Grunde ist mir das egal. Ich habe einfach im Rahmen von einer Reaction darauf reagiert. Es ist jetzt nicht so, als hätte ich dazu ein Analysevideo gemacht. Naja, es war eine 30-Minuten-Reaction oder es war ein 30-Minuten-Take, gecuttet, by the way, über einen 1-Minuten-Clip. Außerdem haben es die Streamer doch freiwillig gemacht. Ja, klar. Wenn die sich das leisten können, das so zu machen, die Leute einfach so einzuladen, dann ist es so. Ja, wenn die Leute das akzeptieren, dann ist das auch okay so. Wenn Eli sagen würde, wenn Elias sagen würde, ey, Diggis, ihr bezahlt euer Hotel selber und die Leute sagen, ja, ist okay für uns, dann ist das auch okay. Das ist nicht mein Problem. Ich sage nur, im Rahmen so einer großen kommerziellen Veranstaltung kann man das schon aufwenden. Kann man schon machen. Freundeskreis untereinander Fußball spielt und dieser Freundeskreis... Ja, ey, man könnte es aufwerten, aber du hast halt so übertrieben mit diesem zockt Elias seine Influencer-Kinder ab. Weil es zufälligerweise aus Streamer-Kollegen besteht. Und hier wird ja nicht die Zeit bezahlt, so wie es darstellt. Eigentlich auch für natürliche Personen, aber wie du schon sagst, das ist schwer zu beweisen, ja. Bei natürlichen Personen weiß ich es nicht, genau. Kann auch sein, dass es da auch so ist, ne. Im Geschäftlichen weiß ich es definitiv. Weil schon oft der Fall gewesen. ...stellen lassen möchte, sondern der Profit ist die Reichweite und das Event an sich für die Teilnehmer. Erstens... Das Event an sich ist auf jeden Fall auch ein Punkt, wo die Leute sagen, da habe ich Bock drauf, ich will da hin, ne. Das macht zum Beispiel auch Rock am Ring. Rock am Ring zum Beispiel zahlt gerade für Newcomer-Acts oft eine miserable Gage, weil die froh sind, dass sie dort sein können, weil das, weil, weil da tatsächlich das einen Effekt hat. Die führen da ihre Musik vor und die Leute können die Musik hören. Das ist denen ihre, ihre Kunst, die die machen, ist die Musik. Das bin ich, wenn ich Herrn Felser da zuhöre. Die wird den Leuten da vorgespielt und die haben die Möglichkeit, vor 70.000 Leuten quasi neue Fans abzuholen, ne. Und es ist einfach eine Ehre, auf dem Rock am Ring zu spielen, ne. Genau so. Wieso ist das dann nicht Abzocke, wenn die mehr bezahlen könnten und wenn Rock am, wo ist der Unterschied, Jan Felserlatt? Erklär mir mal, wo ist der Unterschied? Rock am Ring bezahlt den Leuten nicht so viel, wie sie eigentlich könnten, obwohl es ein gewinnorientiertes Event ist. Aber sie sind froh, dort mitspielen zu können und dort auftreten zu können als Live-Act. Und das ist keine Ausbeutung, oder was? Das ist komplett fein. Ja, wenn die das so machen wollen, dann ist es komplett fein. Aber bei Elias ist es Ausbeutung, weil sie nicht First Class hinkutschiert werden. Kann man das beim Eli Geller Cup auch sehen, ne. Aber dann gibt es halt eben auch bei Rock am Ring Bands wie Metallica. Die kriegen dann halt schon eine Gage. Ja, und da gibt es anscheinend dann halt auch Leute wie Monte oder so und Monte will keine Gage. Jetzt nur als Beispiel. Nur als Beispiel. Wie man so, wie Sachen ausgestaltet sind teilweise. Nicht, dass Rock am Ring der Eli Geller Cup ist. Ich vergleiche jetzt nicht die Events. Ich sage einfach nur, es gibt unterschiedliche Ausgestaltungen je nach Form des Events. Zufälligerweise aus Streamer-Kollegen. Da haben doch fast nur Streamer mitgemacht. Die privaten Freunde von denen waren doch nicht vorrangig dabei. Also es ist kein Zufall, dass das fast alle Streamer sind. Ja, und die Leute, die ihre Teams zusammengestellt haben, haben wahrscheinlich auch nicht ihre privaten Freunde in die Teams geholt, sondern das waren auch alle Streamer. Also man hat schon geguckt, dass da Leute zusammenkommen, die selber halt auch Streamer sind und nicht einfach nur Leute, die am coolsten sind, sondern Leute, die halt auch Nutzen bringen. Stimmt, weil sonst wäre ich dort gewesen. Das halt ein kommerzielles Event ist, was ja nicht schlimm ist. Ein Freundeskreis zufälligerweise aus Streamer-Kollegen besteht. Als ob sein ganzer Freundeskreis nur aus Streamer-Kollegen besteht. Das ist total absurd. Was hat er jetzt gesagt, einfach Kevin? Das, was ja nicht schlimm ist. Ein Freundeskreis zufälligerweise aus Streamer-Kollegen besteht. Als ob sein ganzer Freundeskreis nur aus Streamer-Kollegen besteht. Ja, nein, nicht sein ganzer Freundeskreis. Ja, ja, ja. Er hat die Leute eingeladen, weil sie Influencer sind. Ja, korrekt. Total absurd. Das ist Game Over für dich, ja. Weiß ich nicht. Und hier wird ja nicht die Zeit bezahlt, so wie er es darstellen lassen möchte. Die Teams hat Edi gemacht und es waren immer vier Content-Creator, nicht nur Streamer und einen von deinem Fußballverein. Und einer von deinem Fußballverein Daily Sports. Ja, also. Dann waren es, dann hat man, waren es nicht nur Streamer, sondern allgemein Content-Creator. Aber immer Leute mit einer gewissen Reichweite. Oder mit überhaupt irgendeiner Reichweite. Dass halt eben die Communities zusammenkommen. Das macht es halt auch möglich. Actually, wie ist es eigentlich, ein größerer Influencer zu sein? Sieht der Freundeskreis von Privat und Influencer an, ähm, wie sieht der Freundeskreis aus? Ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen Leuten unterschiedlich ist. Also ich persönlich bezeichne mich jetzt nicht als größeren Influencer oder so. Ähm, aber ich denke, wenn du so in Köln zum Beispiel wohnst oder halt in der Nähe von anderen Influencers oder sowas, dann ist das cool. So, ich würde jetzt auch sagen, dass Alpha Kevin ein Freund von mir ist, aber halt, wir sehen uns halt so gut wie nie. Na, wir haben uns letztes Mal gesehen bei der Gamescom, davor haben wir uns gesehen in Prag. Das war dann auch schon fast ein Jahr her. Und das nächste Mal werden wir uns sehen wahrscheinlich wieder bei der Gamescom oder halt bei irgendeinem anderen Event oder so. Ähm, aber grundsätzlich, ich bin, ich bin ja zum Teil Influencer und zum Teil halt Privatperson und da ist dann halt, ähm, da mache ich dann halt immer noch keinen Unterschied. Also ich habe immer noch die gleichen Freunde wie davor auch. Ähm, ja, aber eben, wenn du viele Freunde oder viele Influencer kennst, die in der Nähe wohnen, dann wäre ich auch viel mehr, ich würde auch, ich würde auch viel mit Alpha Kevin so machen, so privat. Na, ist ein chilliger Dude, dies, das, küsst euch. Maybe, I don't know. Vielleicht würden wir uns auch küssen. Vielleicht würde ich es auch enjoyen. es ist alles offen. genau, ja, okay, komm, lass mal das. Na, aber for real, so, wenn du viel Kontakt mit anderen Leuten hast, dann ist es eigentlich wurscht, ob die Influencer sind oder nicht. So, dann bist du halt einfach befreundet. Wenn du da, wenn da, ähm, wenn da, ähm, die Teams aus random Leuten bestehen würden, zum Beispiel aus Wildcards, Zuschauer, die da mitmachen können oder die selber Teams bilden könnten, dann wäre das wahrscheinlich nicht in der kommerziellen Größe durchführbar. Muss man halt aussehen, ne? Egal, wie groß der ist. Wenn du nur Wildcards hättest, ist es schwierig. Hier mal eine rechtliche Einordnung, Youngfeld, Dienstleistungsverträge sind formfrei, ergo bedürfen sie keiner Schriftform und auch keiner besonderen anderen Vorgaben. Dienstleistungsvertrag wird beispielsweise auch beim Einkauf zwischen Laden und Kunden geschlossen. Genau. Also, wenn du, oder allgemein, Kaufverträge, ne? Viele sind sich auch dessen nicht bewusst. Wenn du in einen Kiosk gehst und ein Bier kaufst, dann bist du in einen Kaufvertrag eingegangen. Ja. Was dann halt nur nicht unterschrieben, das heißt aber nicht, dass es deshalb nicht gültig ist, ne? Sondern der Profit ist die Reichweite und das Event an sich für die Teilnehmer. Erstens, neue Leute werden auf dich aufmerksam und du bekommst damit einen Push. Zweitens, du triffst... To be honest, fand ich die Aussage hochwissenlich, wie Kapitalismus funktioniert in dem konkreten Fall ein bisschen lost, weil das ist doch genau das, was eine FDP will. Maximalen Profit für eine Person. Ja, weil er argumentiert ja dagegen. So, gegebenenfalls deine eigenen Zuschauer... Blö, moini. ...und baust eine noch engere Zuschauerbindung auf. Drittens, du connectest dich mit anderen Streamern und profitierst noch davon von diesen Connections. Und viertens, wann... Ja, das mit den Connections sehe ich, das mit der Reichweite stimmt halt nicht. Also, ist zumindest mal für mich nicht messbar gewesen. Dann bekommst du schon mal die Möglichkeit, vor 17.000 Menschen Fußball zu spielen, was wahrscheinlich deine Leidenschaft ist. Digga, das klingt für mich einfach wie ein Albtraum, dass ich vor 16.000 Menschen Fußball spielen müsste. Das klingt für mich einfach wie ein Albtraum, Digga. Aber das hab ich persönlich. Ich hätte nur Bock, oder irgendwen würde ich so fett Blutgrätschen. Na, richtig schön, dass die Banden reißen. Fußball, ne? Aber, die sehen das halt alle aus ihrer Sicht. Für die wäre das halt alles saugeil. Da hängen sehr viele Emotionen dran, ne? Und es ist schwer, gegen diese Emotionen anzukommen. Es hat sehr viele Vorteile, als Streamer dort mit teilzunehmen. Auch ohne Gage oder ohne absolute Luxushotels. Und das eben nicht anzuerkennen und kurz vor dem Event noch irgendein Ultimatum zu stellen, das ist halt einfach undankbar. Das ist schon korrekt. Trotzdem gelten andere Rechte im Kaufmann, HGB und BGB. Zum Beispiel gilt unter Kaufleuten auch schweigende Zustimmung. Das musst du dir als Privatperson keine Sorgen drum machen, ja. Also in gewissen Fällen kann eine schweigende Zustimmung gelten, ne? Jetzt für die Leute, die damit nichts anfangen können. Würdest du mitmachen, wenn du alles zahlen müsstest? Also wenn ich eingeladen wäre, und also Retalk, das hat jetzt scheißmal da auf Young Face oder Reaction und so was. Ich würde es mir auf jeden Fall überlegen, weil das wäre was, ich werde öfter eingeladen zu irgendwelchen Events und so, aber ich gehe halt oft nicht hin, weil entweder es interessiert mich halt nicht oder es ist zu weit weg. Ich glaube, ich würde nicht hin, vielleicht nicht hingehen, ich bin mir nicht sicher, aber das, ich würde vielleicht nicht hingehen, weil ich mir denke, das ist ja nur ein Tag, wobei, dann könnte ich, wobei, dann wäre es actually machbar, weil dann brauche ich nicht so viel vorproduzieren und so. Maybe, ich würde es mir überlegen, ich würde es mir überlegen, aber wenn ich halt, also alles so bezahlt bekomme und so, dann wäre es natürlich die Entscheidung wesentlich einfacher. Wenn ich dir was schreibe und sage das und das und das sind jetzt die Dinge, die wir besprochen hatten in unserem Meeting zum Beispiel und du widersprichst dem nicht, kann man von der schweigenden, von einem schweigenden Zustimmen reden. Ich weiß noch, wir hatten KünstlerInnen eingeladen, die haben gesagt, sie hätten gerne ein Handelset in ihrer Umkleide. Das haben wir ermöglicht. Die haben gesagt, wir hätten gerne die und die Nahrung so und so zusammengesetzt. Das haben wir gemacht, weil wenn du was veranstaltest, ist es ganz normal, dass wenn Leute da eingeladen sind, dass du willst, dass die sich wohlfühlen. Da bin ich wirklich mächtig stolz auf ihn. Genauso wie ich stolz auf ihn bin, dass er immer noch ist. Wieso ist er stolz auf mich? Oder redet er von mir? Wie kann er denn stolz auf mich sein? Hat auch gar nichts gemacht. Seine Events mit dem von Elias vergleicht, was man aber halt einfach nicht miteinander vergleichen kann. Aber dann muss ich dieselben Maßstäbe an alle anlegen und nicht bei Elias sagen, nee, Digga, die können da ruhig mal dankbar sein dafür, dass Elias ein Millionenevent veranstaltet. Ja, Digga, was? Mit Join ein Deal hat? Ist nicht mal so, dass das auf Twitch gestreamt wird oder so, sondern du kannst das nicht mal gucken. Du musst noch dafür bezahlen, dass du das gucken kannst. Ja, okay, das hab ich ja schon klargestellt. Du musst nicht bezahlen dafür, dass du das gucken kannst. Du musst dich aber bei Join anmelden. Sowohl vor Ort als auch zu Hause. Das ist kein kostendeckendes Event. Das ist wahrscheinlich der Engel, den er aufmacht. Das ist Gewinnmache. Okay, Elias geht her, könnte, okay, man kann, ups, Entschuldigung, man kann dieses Event halt komplett for free sehen. Egal, ob es auf Twitch ist oder auf Join. Du musst nichts dafür bezahlen. Aber es ist trotzdem die Frage, warum macht das nicht auf Twitch? Weil da würde er einfach sehr viel Geld weniger bekommen. Warum macht das nicht einfach auf Twitch? Warum macht er nicht einfach für wesentlich weniger Geld das exakt gleiche Event und es wird für niemanden einen Unterschied machen? Das ist die Frage. Ich bin mir nicht sicher, warum das Elias N97 nicht so gemacht hat. Lächerlich. Ach so, gut, vielleicht hab ich das auch nicht gecheckt oder Tomaten auf den Augen. Aber das Event konnte... Imagine, jemand geht her und sagt so, ja, du, keine Ahnung. Morgen gehst du in die Arbeit mit einem T-Shirt, wo draufsteht Coca-Cola. Naja, ich geb dir dafür 6.000 Euro. Hä, warum nimmst du das an? Du kriegst auch so bezahlt. Hä, voll dumm. Man könnte, glaube ich, kostenlos auf Join schauen und es steht selbst jetzt noch frei zur Verfügung auf dieser Plattform. Ja, das stimmt, das stimmt. Das war eine Fehlinformation von mir. Das war doch nicht die einzige. Es war das... Nein, ich wollte gerade sagen. Das war nicht die einzige. Das hat nicht gestimmt. Du musst dafür nicht zahlen. Tut aber auch nichts. Endert aber auch nichts in der Argumentation. Da hab ich mich einfach geirrt. Ich dachte, du musst für Join bezahlen. Stimmt halt nicht. Und ich hab noch gesagt, dass die Mercedes-Benz Arena für Fußball ausgelegt wäre in ihrem Zweck. Das stimmt aber nicht. Das ist eine Mehrzweck-Arena. Habe ich wahrscheinlich mit dieser Stuttgarter Mercedes-Benz Arena verwechselt. Das ist Gewinnmach. Da sind einige Fakten rausgehört worden. Also Fakten rausgehört worden. Oder hier mit dem Drei-Sterne-Hotel und so. Das kann schneller mal passieren, ne? Beim Young-F-Salat. Young-Fail-Salat. Na, ich fühl mich so, als wäre ich gerade ein bisschen zu gemein. Ich find all in all, das, was mich halt wirklich anpisst, ist, dass er wirklich, und ich hab das Gefühl, aber ich weiß natürlich nicht, dass er halt so ein bisschen bei jeder Situation oder bei jedem Stückchen von der ganzen Elias-Thematik das alles so ein bisschen mehr in den Dreck zieht. Einfach nur damit seine Argumentation hier ein bisschen mehr Sinnhaftigkeit hat. Na, und das ist halt im Endeffekt, es ist alles nicht so dramatisch, wie er das hier im ersten Video beschrieben hat. Das hat er ja hier alles auch aufgedeckt. Aber ich weiß auch nicht, warum du dann so rumgerandert hast, ne? Oh, war ja, ein Event will Gewinn machen, also das ist hier auch neu. Ja. Du hast nicht viel verpasst. Also sagt er ja auch, dass das Event Gewinn hat. Na, na, Hauptkanal-Video, na, na, das ist ja, 15 Minuten geht das Video immer noch. Wenn ich danach fertig bin, dann, keine Ahnung, buche ich mir einen Urlaub. Ach, wird. Also, er geht doch mit, die wollen Gewinn machen. Aber wir haben konstant 500 Zuschauer oder mehr. Ja, ich hatte noch, ich hatte im ganzen Stream keine 500 Zuschauer. Die Leute wollen das sehen. Dagegen sage ich nichts. Nur diesen Punkt muss man akzeptieren, ja, die wollen Gewinn machen, dass man auf demselben Fundament diskutiert, ne? So, und das ist halt eben nicht der Fall. Also, wenn Alpha Kevin mit mir mitgeht und sagt, ey, ja, die wollen damit Gewinn machen, dann muss man auch hinterfragen dürfen, wie viel Gewinn machen die? Und was kriegen da eben die Leute davon, die da halt mitmachen, ne? Und ob man da nicht fair sein kann. Nur, weil man sagen kann, ey, fickt euch, ihr kriegt gar nichts, heißt es ja nicht, dass man es machen muss. Man kann es sich ja auch teilen, ne, wenn man gegenseitig davon profitiert. Ich dachte, ein Event ist erst dann gut, wenn man plus minus null rauskommt oder wenn der Veranstalter ins Minus geht. Ich meine, ist doch komplett fein, wenn etwas dort mit Gewinn rausgeht. Ja, man muss ja damit sagen, und das lese ich hier auch gerade im Chat, das wird halt eben auf Join ausgestrahlt, ne? Also, vielleicht liege ich da jetzt wieder falsch, aber ich habe letztens mal geguckt, du kannst diese Sachen auch nicht auf YouTube gucken, du kannst diese Sachen nicht auf Twitch gucken, du musst die auf Join gucken und das heißt, wenn du das nur auf Join gucken kannst, dann kannst du auch eben nicht drauf reacten, ne? Das heißt, die Leute können aus dem Spiel selber keinen Content machen, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Wenn du andere Events hast, wie Seven vs. Wild oder so, dann kannst du selber auch noch drauf reacten, kannst ein bisschen Content draus machen und so weiter. Das ist nochmal eine andere Situation ist bei dem Event auch nicht möglich, ne? Du kannst vor Ort Vlog machen und das war's. Bist du kein Vlogger, hast du geschissen halt, ne? Du weißt ja auch gar nicht, was der alles wirklich für Kosten hat und zusätzlich, jeder hat etwas davon und in Zukunft findet vielleicht öfter solche Projekte. Ja, okay. Ja, gut. Richtig, und wird Edi damit glaube ich nicht gemacht haben. Der hat das nicht deswegen gemacht, dass es exklusiv ist, sondern das ist eine Forderung von Join. Also, höchstwahrscheinlich eine Forderung von Join. Also, Ich glaube, du darfst nicht darauf reackten, weil es eben auf Join ist. Was ist, wenn ich mich auf Join anmelde und auf Join streame? Haha, Jagenfelsalat. Argumentativ, hopps, genau. Na, Spaß beiseite. Dass die... Ja, na klar, also, da hat er recht, absolut, aber ich meine, das ist ja der Punkt, also Join zahlt ja auch sauf wie Geld dafür, dass sie die Rechte für das Event haben, aber trotzdem kannst du rundherum noch alles andere filmen und überall vloggen und dies und das und jenes. Man darf nicht reackten auf Join-Dinge? Keine Ahnung, er hat das jetzt gesagt, Quelle Jagenfelsalat. Exklusivrechte da drin haben, dann gibt's das nicht auf YouTube, dann gibt's das nicht auf Twitch, kannst nicht mal live drauf reagieren, ist halt dann exklusiv verkauft, die Rechte, ne? Ja gut, das ist dann halt der letzte Punkt, wo du dich dran halten kannst und kannst sagen, naja, es ist halt blöd, dass du es auf Join, da kannst du nicht drauf reackten, aber das ist halt irgendwie oh nicht cool und ja, okay. Und das ist ein wirtschaftlicher Deal, ne, der mit Community-Content gemacht wird. Das ist ein Deal, verkaufst quasi den Content an Join. Das ist doch eine geile Sache und eine Win-Win-Situation. Anstatt, dass man sich jetzt darüber aufregt, wäre es doch eher cooler, sich darüber befreundet, dass es Leute gibt, die solche riesen Events auf die Beine stellen. Weil natürlich profitieren die da auch davon, die machen da mit und das ist auch Reputation und, ne, aber der, der, der den Gewinn ausschöpft, ist Elias und derjenige, der steht in der Verantwortung, dass es den Leuten gut geht und der darf auch ruhig mal ein bisschen mehr springen lassen. Also die Leute bekommen, ja, finde ich ein basses Statement von mir, immer noch. Die haben schon alle Reisekosten erstattet und dennoch soll man noch mehr springen lassen. Digga, Alpha Kevin, ne, ey, du, du erzählst halt einfach Quatsch. Du erzählst einfach Quatsch. Bro, sag mir nicht böse, aber du hast dich hingestellt und hast gesagt, naja, schau, ich bin der Eventmanager, ich kenne mich super gut aus, dann hast dich hingestellt und hast gesagt, naja, nachdem ich mich so gut auskenne, kann ich euch sagen, dass ich absolut keine Ahnung habe, wie man die Kosten, also er weiß, wie man die Kosten berechnet, aber er weiß nicht, was für Kosten das sind. Er hat keine Ahnung, wie viel, wie viel Prozent von den 800.000 Euro Ausgaben Elias tragen muss. Er hat keine Ahnung, wie viel der Join-Deal wert ist. Er hat keine Ahnung, wie viel dies, wie viel das, wie viel jenes. Er kann nur Milchmädchenrechnung mäßig ein bisschen die 30 Euro mal 17.000 rechnen und dann sagen, naja, ein bisschen mehr wird schon rausspringen und das war es dann halt und dann, keine Ahnung, dann organisiere mal ein Event, wenn es soweit ist, Young Felsalat, werde ich dich dafür kritisieren, weil du nicht noch mehr hast springen lassen. Keine Ahnung. Es ist halt, das führe ich auch aus und da wird auch jeder Eventmanager zustimmen und er hat auch, da hat auch Nicholas nicht gegengesprochen und teilweise zugestimmt, dass eine Anfahrt und so bezahlt wird und Hotel und so, das ist halt Standard-Shit so. Ja, das ist ja bezahlt, Bro, das ist ja bezahlt, das ist halt absoluter Standard-Shit. Das ist bezahlt. Sorry, aber wenn dort jemand Erste-Klasse-Flüge fordert und irgendein Schnösel-Kram, dann ist das halt einfach dreist. Ich sag dir ja nicht, Wieso? Wieso ist das dreist? Wieso ist es, wieso ist es nicht dreist, dass überhaupt ein Flug gefordert wird? Wieso ist das nicht dreist? Wieso ist es nicht dreist, dass die da überhaupt einen Flug bezahlt bekommen? Weil nichts gefordert, weil nichts gefordert wurde. Das wurde zur Verfügung gestellt. Elias geht her und sagt, yo, ich gebe dir das, 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 das. Möchtest vorbeikommen? Dann sagst du ja oder nein. Und dieses Management hat eben gesagt, naja, das ist halt nicht gut genug für uns. Beziehungsweise du hast es als Ausbeutung bezeichnet, wenn du hier mit, nicht mit First Class fliegst. Ich kann mich erinnern, das war irgendwo hier 20 Minuten oder so. Ja, ganz genau. Und das wurde hier, also nichts wurde gefordert, es wurde einfach nur was angeboten. Und dann kommst du aber her und sagst, naja, ich möchte schon First Class und naja, ich möchte schon Fünf-Sterne-Hotel und naja, ich möchte das, ich kann gar nicht mal reden, aber der Young Felserler, das ist deine Schuld. Wieso bezahlen die den nicht selber? Könnte man auch sagen. Warum sind die so undankbar gegenüber Elias und zahlen den Flug nicht selber, wenn sie schon da mitmachen dürfen? Offensichtlich geht man ja schon davon aus, dass es eine Berechtigung gibt, eine Berechtigung gibt, was zu fordern, nämlich überhaupt schon mal einen Flug. Warum sollte man dann nicht drüber sprechen können, wie der Flug ausgestaltet ist? Das finde ich total wild. Moin, hast du dich auch missverständlich ausgedrückt, aber Kevin versteht gar nicht, um was es dir geht. Ich habe mich voll missverständlich ausgedrückt, ja. Es war eine Live-Reaction. Ich habe das einfach nur mit einer KI, die Sprechpausen ausgeschnitten, hochgeballert auf YouTube, weil ich dachte, komm, ich hau jetzt mal wieder ein paar Reactions raus. Fand das einen guten Start. Und da sind sehr polemische Aussagen von mir drin, da sind missverständliche Aussagen von mir drin, die ich aber dann trotzdem klarstelle, aber das kommt dann natürlich nicht mehr an, ist ein Kommunikationsfehler trotzdem von mir. Und es sind auch zwei Falschaussagen drin, einmal, dass Joint Geld kostet, also für den Enduser, und einmal, dass die Mercedes-Benz Arena keine Mehrzweckhalle wäre. Und dass es ein Drei-Sterne-Hotel war, das war auch falsch. Nicht, dass man das nicht fordern darf, wenn man beispielsweise von Activision eingeladen wird, irgendein COD-Spiel vorzustellen. Und du musst ja auch noch sehen, Marketingausgaben haben sich wahrscheinlich sehr im Rahmen gehalten, wenn du halt 70, wenn du halt 70 Leute dabei hast, oder lass es 60 sein, wenn noch ein paar Wildcards dabei sind, die halt eben, ja, Influencer-Marketing betreiben, aufgrund der Sache selber. Und dieses Influencer-Marketing, das dann halt eben auch die Zielgruppe reinholt. Der unterbricht ja öfter ein Video als Kaiser, ja, ist true. Zielgruppen bündelt, das ist ja auch nicht bezahlt. Und jetzt sind alle, die mir wieder die Worte im Mund verdrehen wollen, ich fordere nicht, dass man den Influencern das Influencer-Marketing bezahlt. Ich sage nur, auch das ist ein Kostenpunkt, und das ist auch eine Dienstleistung, die gemacht wird von den Influencern, die eingeladen sind, dass die das kostenlos bewerben. Das kommt, das muss man halt auch sehen. Ich sage nicht, dass sie das bezahlt bekommen, sollen, bevor es jetzt wieder hier rund geht. Aber ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt, den man betrachten muss. Für Diko, Moini. Oder so, und da wird man wirklich gebucht, dann ist das ja komplett fein, weil du wirst ja eingekauft für so ein Event, aber hier wurde man einfach eingeladen, und entweder man sagt halt ja oder nein, aber dann solche Forderungen zu stellen finden. Ja, entweder man sagt dann ja oder nein, genau das ist ja passiert, ne? Elias, ähm, wir hätten gerne das und das, sonst würden wir nein sagen. Und diese Möglichkeit, nein zu sagen, wird den Leuten dann genommen, wenn du das natürlich öffentlich machst, einen Druck ausübst, ne? Der sagt natürlich keiner, ja, ich war das. Ich war das, der die Forderung wollte. Ja, äh, Elias hat ja nicht gesagt, so, irgendwer da draußen hat das gefordert, du bist jetzt ausgeladen, außer du expost dich selber und sagst, dass du das warst. Oder hat er das irgendwie falsch mitbekommen? Finde ich frech. Also, das hier ist, finde ich, was komplett anderes, deswegen verstehe ich dieses Rant-Video gegen Eli nicht. Ja, genau, es wurden ja keine grundsätzlichen Sachen gefordert, genau. Er sagt ja, ja, das ist ja alles Standard. Ja, das war ja bei Elias ja auch so. Sind die extra, die extra Würstchen, die gefordert wurden. Ja, wir schauen mal weiter zur nächsten Aussage. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst, Digga. Es ist einfach nur, Elias hat keinen Bock, auf einen Teil seines Gewinns zu verzichten, regt sich künstlich auf und erzeugt öffentlichen Druck, um InfluencerInnen ausbeuten zu können. Das ist das, was passiert in meinen Augen. Exakt, das ist es. Das war jetzt eine von den populistischen Aussagen von mir, die ich getätigt habe. Im Kern stehe ich dazu. Ähm, es ging um eine Gewinnmaximierung, es ging darum, Ja? nicht so viele Ausgaben da zu haben. Das ist das Gleiche, ja. Meiner Meinung nach, mehr, weit mehr als kostendeckendem Event. Kann man drüber diskutieren, ähm, hätte man vielleicht nicht Ausbeutung nennen müssen, ist sehr populistisch, aber, Okay, hast du in dem, wie du auch wieder gemacht hast. stehe ich zu der Aussage, dass ich sage, ja, das ist schon ziemlich whack, da einen Fass aufzumachen. Weiß man es nicht schon zu sagen, äh, sorry, weiß man es nicht schon zu sagen gab und man nachverhandeln wollte, umso näher das Event kam. Ähm, ich stimme der Aussage zu, dass, äh, es sehr knapp ist, eine Woche vor dem Event noch Forderungen zu stellen. So, das voll, auf jeden Fall. Das ist auch ein Aspekt, den man betrachten muss. Man kann es nicht nur einseitig betrachten und sagen, äh, da hat das Elias gemacht und so weiter. Die, äh, diese Info, ähm, hatte ich nicht mit einbezogen bei meinem Rant. Ist aber auch wichtig zu sagen, das war eine Woche vorher und das ist sehr knapp. Ne, das verursacht ja auch nochmal Kosten, das verursacht ja auch nochmal Stress. Ähm, ist in meinen Augen trotzdem kein Grund, die Forderung gar nicht zu berücksichtigen beziehungsweise das dann noch öffentlich zu exposen, indem man halt so ein Rant-Video macht. Also nicht ich, sondern Elias. Äh, das, äh, diese Kritik bleibt halt nach wie vor. Aber klar, man muss das beachten. Also, legit, wenn ich jetzt einer, wenn ich jetzt da eingeladen worden wäre und Elias hätte das über mich gesagt, dann hätte ich jetzt absolut null Druck. Ich hätte gar keinen Druck, weil warum auch? Herr, er hat mich ja nicht erwähnt. Auf jeden Fall auch dreist, eine Woche vorher nochmal nachzuverhandeln. Das hätte man wesentlich früher machen können. Wir kennen allerdings auch nicht die Eckdaten. Wir wissen nicht, ob die gesagt haben, ja, wir sichern euch Hotel zu. Ne, und dann hat man eine Woche vorher die Hotels rausgegeben und dann konnten Leute ja erst sagen, ah, nee, das Hotel möchte ich nicht. Also, wenn du natürlich auch erst eine Woche vorher die Hotel-Check-Ins rausgibst, selbst, ja, ja, kannst du auch erst eine Woche später, eine Woche vorher sagen, ey, möchte ich eigentlich nicht. Das wissen wir alles nicht. Das heißt, ja, das ist absolut ein diskutabler Punkt. Hätte man das eine Woche vorher machen müssen oder nicht? Wir wissen nicht, wie das Setting war. Ist sehr knapp. Wir wissen aber auch nicht, wie es zustande gekommen ist. Es ist Ausbeuten, wenn ihr alle Kosten übernehmt und die Leute dort teilnehmen dürfen. Ali, Mas Kista, Moini, und danke dir. Digga, in welcher Welt leben wir eigentlich, dass es Ausbeuten ist, wenn man Kollegen einlädt, denen halt einfach keine Gage zahlt, weil das auch komisch wäre, und es halt auch... Ja, also das mit der Gage, wie gesagt, missverständlich ausgedrückt. Da hilft es auch nichts mehr, dass ich das eingeordnet habe im Video. Hätte ich bei einem geplanten und geskripteten Video so nicht gemacht, aber in der Live-Reaction springst du vom einen Ding zum anderen, da kommen Leute in den Chat und so weiter, du gehst drauf ein. Schwierig, ne? Ganz ehrlich, du hast auf ein Video reagiert. Also hat er es jetzt doch gesagt? Hat er jetzt doch gesagt, dass die Leute eine Gage bräuchten? Ich dachte, er hat das nicht gesagt. Eine Stunde lang hat er das ja abgestritten. Giert, Fint, du musst dich da nicht so rechtfertigen. Ach, wie happy, danke dir, ne? Es ist wirklich eine anstrengende Reaction. Aber, ey, acht Minuten haben wir noch, komm, acht Minuten und dann ist Schulschluss. Es ist, äh, es ist voll lieb, dass du das so siehst und das sehen bestimmt andere auch so, aber wenn man... Aber es ist crazy, wie sehr sich die, die Sache unfoldet. Am Anfang haut man so, solche Statements raus, dies, das und dann aber mit der Zeit, weißt du, das sind wie kleine, wie kleine Pflänzchen, wie kleine Pflänzchen, die dann so sprießen und dann irgendwann einmal stehst du in einem Wald und sagst, naja, scheiße, habe ich es so gemeint und so. Das ist sehr interessant. So, ähm, Druck ausgesetzt ist, oder nicht, nicht Druck oder... Doch nicht Druck. Es ist doch schon Druck. Doch, doch. Man hat schon das Bedürfnis, Sachen klarzustellen. Man fühlt sich ja schon falsch dargestellt. Da hat man schon irgendwie das Bedürfnis zu sagen, ey, guck mal, so und so war das nicht oder so und so meine ich das nicht. Ähm, aber ich finde es trotzdem sehr nett, dass du das so siehst. Pompa den Moini. Auch niemand gefordert hat. Es ist kompliziert. Ich wäre, by the way, bei dem Punkt, 100 Prozent auf seiner Seite, wenn Elias so gesagt hätte, ja, es ist der Influencer. Also, man hat null Ahnung. Gut, los, genau. Dein ganzer Kritikpunkt beziehungsweise Auslöser dazu kam anscheinend überhaupt nicht rüber. Und da muss ich mir auch ein bisschen selber die Schuld geben. Das hätte man auch so machen können, dass man das halt eben besser versteht. Außer wie der Zusammenhang immer mit mir. Aber das fühle ich. Das fühle ich. Das war eine sehr gute Aussage und damit kann ich, das kann ich nachvollziehen. Warum braucht Kevin Saps oder Werbung? Er kann doch for free Content machen. Ah ja, jetzt kommen die Sachen, die so um ihn gehen. Okay, ich würde sowas echt stark beschäftigen. Ey, das ist wirklich sehr lieb von dir. Das ist wirklich sehr lieb von dir. Ne, es war ein bisschen wild am Anfang. Es war ein bisschen, es hat mich ein bisschen geschockt, dass es dann doch so eine große Aufmerksamkeit erregt hat, was die Reaction-Szene angeht. Und, aber mittlerweile habe ich mich ganz gut dran gewöhnt, glaube ich. Also, heute zum Beispiel, da habe ich echt, geht es mir echt gut. Ich glaube, man merkt auch so ein bisschen, ich reagiere da ruhig drauf. Ich habe mich jetzt erstmal, ich bin jetzt innerlich darauf vorbereitet, wie arglistig und böswillig man teilweise mit Dingen auslegen will. Darauf war ich vorher naiverweise nicht so vorbereitet. Ich finde es schön, dass du selbst... Ich hoffe, ich denke dran, ich poste dann nochmal in den angepinnten Kommentaren, bitte geht halt nicht zu ihm rüber und so, weil das ist halt, wie gesagt, das ist halt fucking, wir sind im Internet. So, ja, irgendein Dude im Internet hat irgendwas gesagt und irgendein anderer Dude, in dem Fall ich, findet das war halt eine blöde Aussage. So, aber, geht bitte nicht rüber und schreibt ihm was oder nervt ihn oder sonst was so. Wenn du kritisch bist, aber bitte vergiss nicht, dass man dich missverstehen wollte. Wenn ihr ihn wirklich boykottieren wollt, dann hört einfach auf, Salat zu essen. Ja, da hast du recht, Nico, ja. Das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, man will mich schon missverstehen, aber das heißt nicht, dass ich hätte nicht auch besser performen können, ne? Hätte ich es vielleicht verhindern können, aber ja, es ist schon, Podcast hat auch geholfen, ja. Ah, das ist, okay, das ist gut, dass du schreibst. Leute, wenn ihr Bock habt, den Podcast zu hören, ich hatte die, äh, letzte Folge ist mit Lilli gewesen, liebe Grüße, Lilli hier auch im, äh, Ja, okay, ich skippe uns vor. Natürlich existiert bei meinem Kanal ein Gewinninteresse, aber man kann mich doch hierbei nicht mit diesem heulenden Teilnehmer vergleichen, sondern vielmehr mit Elias, vor allem, weil ich ja schon die ganze Zeit auf der Seite von Elias bin. Mein Vergleich hinkt, aber er vergleicht sich selber mit Elias, Digga. Ich, ne, ganz ehrlich, ich weiß langsam nicht mehr, also wie absurd müssen denn diese Gegendarstellungen noch sein? Was war das jetzt? Sorry, nochmal. Gewinninteresse, aber man kann mich doch hierbei nicht mit diesem heulenden Teilnehmer vergleichen, sondern vielmehr mit Elias, vor allem, weil ich ja schon die ganze Zeit auf der Seite von Elias bin. Mein Vergleich hinkt, aber er vergleicht sich ja nicht so irgendwie mit dem Leben von Elias, er vergleicht sich mit seiner Einstellung, von der Einstellung her, also auf Elias Seite. Ich weiß nicht selber mit Elias. Wie absurd müssen denn diese Gegendarstellungen noch sein, dass man sagt, ey, das laberst du für eine Scheiße? Elias bin, also kannst du mich doch maximal mit ihm vergleichen. Das ist von vorne bis hin halt komplett unschlau und ergibt halt auch gar keinen Sinn. An dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, dieser Young Felsalat hätte mit einigen Aussagen mit Sicherheit recht, wenn wir hier nicht vom Elias Cup sprechen, sondern... Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Sondern... Ich bin echt ein bisschen sprachlos. ...das von vorne bis hin halt komplett unschlau und ergibt halt auch gar keinen Sinn. An dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, dieser Young Felsalat hätte mit einigen Aussagen mit Sicherheit recht, wenn wir hier nicht vom Elias Cup sprechen, sondern wenn wir hierbei von Künstlern sprechen, die gebucht und bezahlt werden. Ja. Das ist aber... Aber das ist hier nicht der Fall. Weil wir hier halt eben ein 16.000 Personen-Event haben, wo Künstler nicht gebucht und bezahlt werden. Na, aber es sind ein paar Freunde sind, die miteinander kicken. Das hast du ja auch schon gesagt, oder nicht? Sondern eingeladen und nicht bezahlt werden. Ja, das hat er ganz gut auf den Punkt gebracht. Hier bei null der Fall. Und dementsprechend ist eine gesamte Akkommendation regelrecht hinfällig. Schreibt gerne mal, wie ihr das so seht. Ich werde mir jetzt erstmal eine Austeit gönnen, denn ich habe genug von den starken Schmerzen. Spaß, ich habe eigentlich Bock, mir die Schmerzen noch weiter zu gönnen. Deswegen ziehe ich jetzt nochmal richtig durch. Lasst super gerne ein Like und ein Abo da. Wenn euch das Video gefallen hat, würde mich riesig freuen, auch um den Algorithmus zu pushen. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt das so schön? Stänke ins Männchen. Euer Alpha Kevin. Und ciao. So, was ist das Fazit? Weil es mich einfach nervt, dass Menschen wie so ein Elias so einen extremen Druck ausüben, so viel Zuspruch kriegen, für so einen unfassbar unterirdischen Treckstake, von wegen, man muss läuten. Man zahlt schon keine Gage, aber man beschwert sich noch, wenn Leute ein bisschen Komfort bei der Anreise wollen. Ja, war ziemlich smart, das natürlich ans Ende zu schneiden. Ähm, ja, also bleibe ich dabei. Ähm, gut. Leute, das war die ganze Zeit gespiegelt? Bro, ich bin ultra verwirrt jetzt. Das Zimmer schaut jetzt ganz anders aus. Ich verstehe nicht, dass er die Inhalt von Vertragsverhandlungen öffentlich macht. Vielleicht wollte er den Meinungsbloggern damit auch nur Content verschaffen. Da wäre er doch ein gönnender Mensch. Kann auch sein, ne? Ich glaube ehrlich gesagt, ähm, dass, äh, dass ein Schnellschuss war und dass er, äh, keinen Bock hat, darüber zu reden. Ich hab noch nicht erlebt, dass er das irgendwie aufgreift. Ich glaube auch nicht, dass es aufgreift. Ich hoffe auch nicht, dass er es aufgreift, weil es wäre halt... Das war widerlich, so ans Ende zu schneiden. Hä, warum? Das war doch eine normale Aussage. Was hat das jetzt für, was macht das jetzt für einen Unterschied, dass der am Ende stand? Oh, mega unangenehm. Also, was soll da, was soll er, was soll man denn dazu sagen? Die einzige Möglichkeit, die er hätte, sich dazu zu äußern, wäre, Transparenz zu schaffen und das will er nicht machen und nicht machen können. Was zählt ist, dass die Leute, die sich inhaltlich damit beschäftigen wollen, das getan haben. Wir haben hier darüber diskutiert und das war wichtig. Voll lief die, voll. Frank Thelen ist einfach deutsche Frank Thelen. Hallo Jung-Content-Salat. Zu Weihnachten bekommst du sicher die 58 Reaction oder Meinungsvideo zu dem Thema... Okay, ja. Ich stopp hier. Komm, ich stopp hier. Meine Ohrstöpsel tun mir schon langsam weh. Oh, Jagenfeld-Salat. Interessante Reaction. Keine Ahnung. Also, ich habe das Gefühl, dass er in vielen Punkten jetzt anders zu dem Video steht als beim ersten. Dass er andere Definitionen davon hat, dass er beim ersten Mal einfach ein bisschen überhastet Sachen rausgehört hat. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich kann es aber immer noch nicht ganz nachvollziehen, was er... Ich weiß nicht, was die Grundidee dahinter ist und halt mit so Sachen wie ja hier Flixbus und Ausbeutung und Jugendherberge und sowas. Ja, okay, das hat er von mir aus eingesehen, dass es ein bisschen zu viel war. Aber ich meine, es ist halt der einzige Grund, warum das dann alles so ein bisschen ausgeartet ist. Aber ich hoffe, wir können das Thema damit hinter uns lassen. Elias, wir sehen uns dann nächstes Jahr, wenn ich, ich weiß nicht, Monte eine Blutgrätsche gebe. Wäre ziemlich sick. Hätte ich Bock drauf und ja, Respekt an jeden, der immer noch hier ist. wenn ich mich modèle Ich hoffe, dass ich sie in Zukunft